Das erste Buch Mose, Genesis, Kapitel 1 Das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte trage, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmel. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels. Dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Kapitel 2 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus, von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pichon, der fließt um das ganze Land Hevila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedulachharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Kapitel 3 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, Esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, daß von dem Baum gut zu essen wäre, und daß er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, daß sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« Und er sprach, »Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?« Da sprach Adam, »Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß.« Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe, »Warum hast du das getan?« Das Weib sprach, »Die Schlange betrog mich, so daß ich aß.« Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, »Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tiere auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.« Und zum Weibe sprach er, »Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein.« Und zum Manne sprach er, »Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinet Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, »Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich.« Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, daß er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Kapitel 4 Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, »Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn.« Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, daß Kain dem Herrn Opfer brachte von den Prüchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, »Warum ergrimmst du, und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.« Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, »Lass uns aufs Feld gehen.« Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sprach, »Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?« Er aber sprach, »Was hast du getan?« Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. »Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden.« Kain aber sprach zu dem Herrn, »Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich tot schlägt, wer mich findet.« Aber der Herr sprach zu ihm, »Nein, sondern wer Kain tot schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden.« Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irat, Irat zeugte Mahujael, Mahujael zeugte Metushael, Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zitter- und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naema. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal. Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seed. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Und Seed zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Kapitel 5 Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Weib und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war hundertdreißig Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seed, und lebte danach achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertdreißig Jahre, und starb. Set war hundertfünf Jahre alt und zeugte Enosch, und lebte danach achthundertsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertzwölf Jahre, und starb. Enosch war neunhundertfünf Jahre und zeugte Kenan, und lebte danach achthundertfünfzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertfünf Jahre, und starb. Kenan war siebzig Jahre alt und zeugte Mahalalel, und lebte danach achthundertfünfzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertzehn Jahre, und starb. Mahalalel war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Jared, und lebte danach achthundertdreißig Jahre, und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward achthundertfünfundneunzig Jahre, und starb. Jared war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Henoch, und lebte danach achthundert Jahre, und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertzweiundsechzig Jahre, und starb. Henoch war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Metuschelach, und Henoch wandelte mit Gott, und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward dreihundertfünfundsechzig Jahre, Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. Metuschelach war hundertsiebenundsechzig Jahre alt und zeugte Lamech, und lebte danach siebenhundertzweiundachtzig Jahre, und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward neunhundertneunsechzig Jahre, und starb. Lamech war hundertzweiundsechzig Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah, und sprach, Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er fünfhundertfünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter, daß sein ganzes Alter ward siebenhundertsiebenundsiebzig Jahre, und starb. Noah war fünfhundert Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth. Kapitel 6 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch isst Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Als aber der Herr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, Da reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, daß ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so. Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Kapitel 7 Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimmt zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen. Um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber sechshundert Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem sechshundertsten Lebensjahr Noas, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden hundertundfünfzig Tage. Kapitel 8 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewährt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertundfünfzig Tagen. Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im sechshundert und ersten Lebensjahr Noas, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach, »Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.« So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, »Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschenwillen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Kapitel 9 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, »Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer Viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, sind diese, Sem, Ham und Japheth. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noas, von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahmen Sem und Japheth ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht säen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter, Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut dreihundertundfünfzig Jahre, das sein ganzes Alter ward neunhundertundfünfzig Jahre, und starb. Kapitel 10 Dies ist das Geschlecht der Söhne Noas, Sem, Ham und Japheth, und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Die Söhne Japheth sind diese, Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Die Söhne Gomers sind diese, Aschkenas, Rifat und Togarmah. Die Söhne Javans sind diese, Elisha, Tarsis, die Kittiter und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Insel der Heiden. Das sind die Söhne Japheth nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Die Söhne Hams sind diese, Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese, Seba, Hevila, Sabta, Raghma und Sabtecha. Aber die Söhne Raghmas sind diese, Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinäa. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Nimifeh und Rehoboth ihr und Kelach. Dazu Resen zwischen Nimifeh und Kelach. Das ist die große Stadt. Mitzraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuhiter, die Patrusiter, die Kasluhiter und die Kaphtoriter. Von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgasiter, den Heviter, den Arkiter, den Simiter, den Arvaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgedreitet, und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gera bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Atma, Zebuim bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Semm aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dies sind seine Söhne. Elam, Assur, Arpachschat, Lut und Aram. Aber die Söhne Aram sind diese. Uts, Hul, Geter und Masch. Arpachschat aber zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren, einer hieß Pelek, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde, und sein Bruder hieß Joktan. Und Joktan zeugte Almodat, Schalef, Hatzamavet, Jerach, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimail, Saba, Ophir, Hevila und Jobab. Das sind alle Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze waren von Mescha bis man kommt nach Sepha, an das Gebirge im Osten. Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noas nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Kapitel 11 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, laßt uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, daß keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, daß sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Dies ist das Geschlecht Sems. Sem war hundert Jahre alt und zeugte Arpachschat zwei Jahre nach der Sintflut und lebte danach fünfhundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpachschat war fünfunddreißig Jahre alt und zeugte Schelach und lebte danach vierhundertdrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war dreißig Jahre alt und zeugte Eber und lebte danach vierhundertdrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Eber war dreißig Jahre alt und zeugte Regu und lebte danach zweihundertneuen Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war dreißig Jahre alt und zeugte Nahor und lebte danach zweihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Serug war dreißig Jahre alt und zeugte Nahor und lebte danach zweihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war neunundzwanzig Jahre alt und zeugte Tara und lebte danach hundertneunzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Tara war siebzig Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran. Dies ist das Geschlecht Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Tara in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war der Milka und der Jizka. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Tara seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Tara wurde zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran. Kapitel 12 Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kana anzureisen. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moore. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram weiter ins Südland. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abram hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, Siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir's wohlgehe um deinet Willen, und ich am Leben bleibe um deinet Willen. Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihret Willen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau, Willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinet Willen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Kapitel 13 So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm, ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Loths Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot, »Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken?« Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wieder den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, »Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deinen Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Kapitel 14 Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sinéa, Arjochs des Königs von Elasar, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tidal dem König von Völkern, daß sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Atma, und mit Shemeder, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zor. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Denn sie waren zwölf Jahre den König Kedor Laomer untertan gewesen, und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr, und schlugen die Rephaiter zu Ashtarot-Kernaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kiryatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis Elparan, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzetzon-Tama wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Atma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zor, und rüsteten sich, zu kämpfen im Tal Sidim mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amraphel, dem König von Sinea, und mit Arjoch, dem König von Elazar, vier Könige gegen fünf. Das Tal Sidim aber hatte viele Erdharzgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamreis, des Amoritas, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis dann und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hobah, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abram, vom Höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram, Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom, Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem Höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. Kapitel 15 Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siegen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abram aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abram scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abram, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken dahin. An dem Tage schloß der Herr einen Bund mit Abram und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Katmoniter, die Hethiter, die Peresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter, die Jebusiter. Kapitel 16 Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge Wege nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, Gewiß hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar. Kapitel 17 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der Allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach, Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, So haltet nun meinen Bund, du und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei eurem Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinem Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham, Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, Soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah neunzig Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaac, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren, und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war neunundneunzig Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war dreizehn Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael, und was männlich in seinem Hause war, im Hause geboren und gekauft von Fremden. Es wurde alles mit ihm beschnitten. Kapitel 18 Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, »Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, daß ihr euer Herz labet. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, »Tu, wie du gesagt hast.« Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, »Eile und Menge drei Maß feinsten Mehls, knete und backe Kuchen.« Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist Sarah, deine Frau?« Er antwortete, »Drinnen im Zelt.« Da sprach er, »Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so daß es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, »Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt?« Da sprach der Herr zu Abraham, »Warum lacht Sarah und spricht, meinst du, daß es wahr sei, daß ich noch gebären werde, die ich doch alt bin?« »Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?« »Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben.« Da leugnete Sarah und sprach, »Ich habe nicht gelacht,«, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, »Es ist nicht so, du hast gelacht.« Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, »Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, daß er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf daß der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.« Und der Herr sprach, »Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, daß ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse.« Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, »Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig gerechter Willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, daß du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so daß der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, »Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihret Willen dem ganzen Ort vergeben.« Abraham antwortete und sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der fünf Willen?« Er sprach, »Finde ich darin fünf und vierzig, so will ich sie nicht verderben.« Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, »Man könnte vielleicht vierzig darin finden.« Er aber sprach, »Ich will ihnen nichts tun um der vierzig Willen.« Abraham sprach, »Zörne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht dreißig darin finden.« Er aber sprach, »Finde ich dreißig darin, so will ich ihnen nichts tun.« Und er sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht zwanzig darin finden.« Er antwortete, »Ich will sie nicht verderben um der zwanzig Willen.« Und er sprach, »Ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht zehn darin finden.« Er aber sprach, »Ich will sie nicht verderben um der zehn Willen.« Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder Ort.« Kapitel 19 Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Loth aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, »Sie, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen, »Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben.« Dann nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Kuchen und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus jung und alt das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprach zu ihm, »Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.« Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloß die Tür hinter sich zu und sprach, »Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. siehe, siehe, habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne, die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Sie aber sprachen, weg mit dir und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohl an, wir wollen dich noch übler plagen als jene, und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses klein und groß mit Blindheit, so dass sie es Aufgaben die Tür zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten, macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinaus gebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhielt ist. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, so dass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrah und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lohs Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorrah und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande, wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Und Lot zog weg von Zoa und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich in Zoa zu bleiben, und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, Unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt weise. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, daß wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Und er war's nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken gebe, daß du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm, und er ward nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater, und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag, und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben Ami, von dem kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag. Kapitel 20 Abraham aber zog von Dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schuhe und lebte nun als ein Fremdling zu Gera. Er Er sagte aber von Sarah seiner Frau Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech der König von Gera hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm Siehe, du bist des Todes um des Weibes Willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech hatte sie nicht berührt und sprach Herr willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nichts für mir gesagt sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt er ist mein Bruder. Hab ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum Ich weiß auch dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet dass du nicht wieder mich sündigest und habe es nicht zugelassen dass du sie berührt ist. So gib gib nun dem Mann seine Frau wieder denn er ist ein Prophet und lass ihn für dich bitten so wirst du am Leben bleiben wenn du sie aber nicht wieder gibst so wisse dass du des Todes sterben musst und alles was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren und die Männer fürchteten sich sehr und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm warum hast du uns das angetan und was habe ich an dir gesündigt dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen du hast an mir gehandelt wie man nicht handeln soll und Abimelech sprach weiter zu Abraham wie bist du dazu gekommen dass du solches getan hast Abraham sprach ich dachte gewiß ist keine Gottes Furcht an diesem Orte und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen auch ist sie wahrhaftig meine Schwester denn sie ist meines Vaters Tochter aber nicht meiner Mutter Tochter so ist sie meine Frau geworden als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ sprach ich zu ihr die Liebe tu mir an das wo wir hinkommen du von mir sagst ich sei dein Bruder da da nahm abimelech schafe und rinder knechte und mägde und gab sie abraham und gab ihm sarah seine frau wieder und sprach siehe da mein land steht dir offen wohne wo dir's wohl gefällt und zu sarah sprach er siehe da ich habe deinem bruder tausend silberstücke gegeben siehe das soll eine decke sein über den augen aller die bei dir sind dir zugute damit ist dir bei allen recht verschafft abraham aber betete zu gott da heilte gott abimelech und seine frau und seine mägde daß sie wieder kinder gebaren denn der herr hatte zuvor hart verschlossen jeden mutterschoß im hause abimelechs um sarahs abrahams frau willen kapitel 21 und der herr suchte sarah heim wie er gesagt hatte und tat an ihr wie er geredet hatte und sarah ward schwanger und gebar dem abraham in seinem alter einen sohn um die zeit von der gott zu ihm geredet hatte und abraham nannte seinen sohn der ihm geboren war isaac den ihm sarah gebar und beschnitt ihn am achten tage wie ihm gott geboten hatte hundert jahre war abraham alt als ihm sein sohn isaac geboren wurde und sarah sprach gott hat mir ein lachen zugerichtet denn wer es hören wird der wird über mich lachen und sie sprach wer hätte wohl von abraham gesagt dass sarah kinderstille und doch habe ich ihm einen sohn geboren in seinem alter und das kind wuchs heran und wurde entwöhnt und abraham machte ein großes mal am tage da isaac entwöhnt wurde und sarah sah den sohn hagas der ägypterin den sie abraham geboren hatte wie er mutwillen trieb da sprach sie zu abraham treibe diese magd aus mit ihrem sohn denn der sohn dieser magd soll nicht erben mit meinem sohn isaac das wort missfiel abraham sehr um seines sohnes willen aber gott sprach zu ihm lass es dir nicht missfallen wegen des knaben und der magd alles was sarah dir gesagt hat dem gehorche denn nur nach isaac soll dein geschlecht benannt werden aber auch den sohn der magd will ich zu einem volk machen weil er dein sohn ist da stand abraham früh am morgen auf und nahm brot und einen schlauch mit wasser und legte hagar auf die schulter dazu den knaben und schickte sie fort da zog sie hin und irrte in der wüste umher bei bersebar als nun das wasser in dem schlauch ausgegangen war warf sie den knaben unter einen strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von ferne einen bogenschuss weit denn sie sprach ich kann nicht ansehen des knaben sterben und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre stimme und weinte da erhörte gott die stimme des knaben und der engel gottes rief hagar vom himmel her und sprach zu ihr was ist dir hagar fürchte dich nicht denn gott hat gehört die stimme des knaben der dort liegt steh auf nimm den knaben und führe ihn an deiner hand denn ich will ihn zum großen volk machen und gott tat ihr die augen auf dass sie einen wasser brunnen sah da ging sie hin und füllte den schlauch mit Wasser und drängte den knaben und gott war mit dem knaben der wuchs heran und wohnte in der wüste und wurde ein guter schütze und er wohnte in der wüste paran und seine mutter nahm ihm eine frau aus ägyptenland zu der zeit redete abimelech zusammen mit pichol seinem feldhauptmann zu abraham und sprach gott ist mit dir in allem was du tust so schwöre mir nun bei gott dass du mir und meinen söhnen und meinen enkeln keine untreue erweisen wollest sondern die barmherzigkeit die ich an dir getan habe an mir auch tust und an dem lande darin du ein fremdling bist da sprach abraham ich ich will schwören und abraham stellte abimelech zur rede um des wasserbrunnens willen den abimelechs knechte mit gewalt genommen hatten da antwortete abimelech ich habe es nicht gewusst wer das getan hat weder hast du mir es angesagt noch hab ich gehört bis heute da nahm abraham schafe und rinder und gab sie abimelech und die beiden schlossen einen bund miteinander und abraham stellte sieben lämmer besonders da sprach abimelech zu abraham was sollen die sieben lämmer die du besonders gestellt hast er antwortete sieben lämmer sollst du von meiner hand nehmen damit sie für mich ein zeugnis seien dass ich diesen brunnen gegraben habe daher heißt die stätte berseba weil sie beide miteinander da geschworen haben und so schlossen sie den bund zu berseba da machten sich auf abimelech und pichol sein feld hauptmann und zogen wieder in der philister land abraham aber pflanzte einen tamarisken baum in berseba und rief dort den namen des herrn des ewigen gottes an und er war ein fremdling in der philister lande eine lange zeit kapitel zwei und zwanzig nach nach diesen geschichten versuchte gott abraham und sprach zu ihm abraham und er antwortete hier bin ich und er sprach nimm isaac deinen einzigen sohn den du lieb hast und geh hin in das land moriah und opfere ihn dort zum brandopfer auf einem berge den ich dir sagen werde da stand abraham früh am morgen auf und gürtete seinen esel und nahm mit sich zwei knechte und seinen sohn isaac und spaltete holz zum brandopfer machte sich auf und ging hin an den ort von dem ihm gott gesagt hatte am dritten tage hob abraham seine augen auf und sah die stätte von ferne und sprach zu seinen knechten bleibt ihr hier mit dem esel ich und der knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben wollen wir wieder zu euch kommen und abraham nahm das holz zum brandopfer und legte es auf seinen sohn isaac er aber nahm das feuer und das messer in seine hand und gingen sie beide miteinander da sprach isaac zu seinem vater abraham mein vater abraham antwortete hier bin ich mein sohn und er sprach siehe hier ist feuer und holz wo ist aber das schaf zum brandopfer abraham abraham antwortete mein sohn gott wird sich ersehen ein schaf zum brandopfer und gingen die beiden miteinander und als sie an die städte kamen die ihm gott gesagt hatte baute abraham dort einen altar und legte das holz darauf und band seinen sohn isaac legte ihn auf den altar oben auf das holz und reckte seine hand aus und fasste das messer das er seinen sohn schlachtete da rief ihn der engel des herrn vom himmel und sprach abraham abraham er antwortete hier bin ich er sprach lege deine hand nicht an den knaben und tu ihm nichts denn nun weiß ich dass du gott fürchtest und hast deines einzigen sohnes nicht verschont um meinet willen da hob abraham seine augen auf und sah einen widder hinter sich in der hecke mit seinen hörnern hängen und ging hin und nahm den widder und opferte ihn zum brandopfer an seines sohnes statt und abraham nannte nannte die städte der herr sieht daher man noch heute sagt auf dem berge da der herr sieht und der engel des herrn rief abraham abermals vom himmel her und sprach ich habe bei mir selbst geschworen spricht der herr weil du solches getan hast und hast deines einzigen sohnes nicht verschont will ich dein geschlecht segnen und mehren wie die sterne am himmel und wie den sand am ufer des meeres und deinen nachkommen sollen die tore ihrer feinde besitzen und durch dein geschlecht sollen alle völker auf erden gesegnet werden weil du meiner stimme gehorcht hast so kehrte abraham zurück zu seinen knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach berseba und abraham blieb da selbst nach diesen geschichten begab sich's dass abraham angesagt wurde siehe milka hat auch söhne geboren deinem bruder nahor nämlich utz den erstgeborenen und bus seinen bruder und kemuel von dem die aramäer herkommen und keset und haso und pildasch und jitlaf und betuel betuel aber zeugte rebekah diese acht gebar milka dem nahor abrahams bruder und seine nebenfrau mit namen rehumah gebar auch nämlich den tebach gaham tahash und maacha kapitel 23 sarah wurde 127 jahre alt und starb in kirjat arba das ist hebron im lande kanaan da kam abraham daß er sie beklagte und beweinte danach stand er auf von seiner toten und redete mit den hetitern und sprach ich bin ein fremdling und beisasse bei euch gebt mir ein erb begräbnis bei euch daß ich meine tote hinaustrage und begrabe da antworteten die hetiter abraham und sprachen zu ihm höre uns lieber herr du bist ein fürst gottes unter uns begrabe deine tote in einem unserer vornehmsten gräber kein mensch unter uns wird dir wehren daß du in seinem grabe deine tote begrabest da stand abraham auf und verneigte sich vor dem volk des landes vor den hetitern und er redete mit ihnen und sprach gefällt es euch daß ich meine tote hinaustrage und begrabe so höret mich und bittet für mich ephron den sohn zuhaars daß er mir gebe seine höhle in mach pelar die am ende seines ackers liegt er gebe sie mir um geld so viel sie wert ist zum erb begräbnis unter euch ephron aber saß unter den hetitern da antwortete ephron der hetiter dem abraham vor den ohren der hetiter vor allen die beim tor seiner stadt versammelt waren und sprach ephron mein herr sondern höre mir zu ich schenke dir den acker und die höhle darin und übergebe dirs vor den augen der söhne meines volks um deine tote dort zu begraben da verneigte sich abraham vor dem volk des landes und redete mit ephron so dass das volk des landes es hörte und sprach willst du ihm mir lassen so bitte nimm von mir das geld für den acker das ich dir gebe so will ich meine tote dort begraben ephron antwortete abraham und sprach zu ihm mein herr höre mich doch das feld ist vierhundert lot silber wert was ist das aber zwischen mir und dir begrabe nur deine tote abraham gehorchte ephron und wog ihm die summe da die er genannt hatte vor den ohren der hethiter vierhundert lot silber nach dem gewicht das im kauf gang und gäbe war so wurde so so abraham abraham der acker und die höhle darin zum erb begräbnis bestätigt von den hethitern kapitel vierundzwanzig abraham war alt und hoch betagt und der herr hatte ihn gesegnet allenthalben und er sprach zu dem ältesten knecht seines hauses der allen seinen gütern vorstand lege deine hand unter meine hüfte und schwöre mir bei dem herrn dem gott des himmels und der erde dass du meinem sohn keine frau nehmest von den töchtern der kanaaniter unter denen ich wohne sondern dass du ziehst in mein vaterland und zu meiner verwandtschaft und nehmest meinem sohn isaac dort eine frau der knecht sprach wie wenn das mädchen mir folgen wollte in dies land soll ich dann deinen sohn zurückbringen in jenes land von dem du ausgezogen bist abraham sprach zu ihm davor hüte dich dass du meinen sohn wieder dahin bringest der herr der gott des himmels der mich von meines vaters hause genommen hat und von meiner heimat der mir zugesagt und mir auch geschworen hat dies land will ich deinen nachkommen geben der wird seinen engel vor dir her senden dass du meinem sohn dort eine frau nehmest wenn aber das mädchen dir nicht folgen will so bist du dieses dieses eides ledig nur bringe meinen sohn nicht wieder dorthin da legte der knecht seine hand unter die hüfte abrahams seines herrn und schwor es ihm so nahm der knecht zehn kamele von den kamelen seines herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei güter seines herrn und machte sich auf und zog nach mesopotamien zu der stadt nah hors da ließ er die kamele sich lagern draußen vor der stadt bei dem wasserbrunnen des abends um die zeit da die frauen pflegten heraus zu gehen und wasser zu schöpfen und er sprach herr du gott abrahams meines herrn lass es mir heute gelingen und tu barmherzigkeit an abraham meinem herrn siehe ich stehe hier bei dem wasserbrunnen und die töchter der leute in dieser stadt werden herauskommen um wasser zu schöpfen wenn nun ein mädchen kommt zu dem ich spreche neige deinen krug und lass mich trinken und es sprechen wird trinke ich will deine kamele auch tränken das sei die die du deinem diener isaac beschert hast und daran werde ich erkennen dass du barmherzigkeit an meinem herrn getan hast und ehe er ausgeredet hatte siehe da kam heraus rebekka die tochter betuelz der ein sohn der milka war die die frau nahors des bruders abrahams war und trug einen krug auf ihrer schulter und das mädchen war sehr schön von angesicht eine jungfrau die noch von keinem manne wusste die stieg hinab zum brunnen und füllte den krug und stieg herauf da lief ihr der knecht entgegen und sprach lass mich ein wenig wasser aus deinem kruge trinken und sie sprach trinke mein herr und eilens ließ sie den krug hernieder auf ihre hand und gab ihm zu trinken und als sie ihm zu trinken gegeben hatte sprach sie ich will deinen kamelen auch schöpfen bis sie alle genug getrunken haben und eilte und goss den krug aus in die tränke und lief abermals zum brunnen um zu schöpfen und schöpfte allen seinen kamelen der Mann aber betrachtete sie und schwieg stille bis er erkannt hätte ob der Herr zu seiner reise gnade gegeben hätte oder nicht als nun die kamele alle getrunken hatten nahm er einen goldenen stirnreif sechs gramm schwer und zwei goldene armreifen für ihre hände hundertundzwanzig gramm schwer und sprach wessen tochter bist du das sage mir doch haben wir auch raum in deines vaters hause um zu herbergen sie sprach zu ihm ich bin die tochter betuel des sohnes der milka den sie dem nahor geboren hat und sagte weiter zu ihm es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug um zu herbergen dann neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach gelobt sei der Herr der Gott Abrahams meines Herrn der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause und Rebekah hatte einen Bruder der hieß Laban und Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen denn als er den Stirnreif und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekahs seiner Schwester gehört hatte so hat mir der Mann gesagt da kam er zu dem Mann und siehe er stand bei den Kamelen am Brunnen und er Komm herein du Gesegneter des Herrn warum stehst du draußen ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter dazu auch Wasser zu waschen seine Füße und die Füße der Männer die mit ihm waren und man setzte ihm Essen vor er sprach aber ich will nicht essen bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe sie antworteten sage an er sprach ich bin Abrahams Knecht und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder Silber und Gold Knechte und Mägde Kamele und Esel gegeben dazu hat Sarah die Frau meines Herrn einen Sohn geboren meinem Herrn in seinem Alter dem hat er alles gegeben was er hat und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter in deren Land ich wohne sondern zieh hin zu meines Vaters Hause und zu meinem Geschlecht dort nimm meinem Sohn eine Frau ich sprach aber zu meinem Herrn wie wenn mir das Mädchen nicht folgen will da sprach er zu mir der Herr vor dem ich wandle wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben dass du meinem Sohn eine Frau nehmest von meiner Verwandtschaft und meines Vaters Hause dann sollst du deines Eides ledig sein wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie geben dir nicht so bist du deines Eides ledig So kam ich heute zum Brunnen und sprach Herr du Gott Abrahams meines Herrn hast du Gnade zu meiner Reise gegeben auf der ich bin siehe so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen wenn nun ein Mädchen herauskommt um zu schöpfen und ich zu ihr spreche gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus deinem Krug und sie sagen wird trinke du ich will deinen Kamelen auch schöpfen das sei die Frau die der Herr dem Sohn meines Herrn beschert hat ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen siehe da kommt Rebekka heraus mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht hinab zum Brunnen und schöpft da sprach ich zu ihr gib mir zu trinken und sie nahm eilens den Krug von ihrer Schulter und sprach trinke und deine Kamele will ich auch tränken da trank ich und sie tränkte die Kamele auch und ich fragte sie und sprach wessen Tochter bist du sie antwortete ich bin die Tochter Betuells des Sohnes Nahors den ihm Milka geboren hat da legte ich einen Reif an ihrer Stirn und Armreifen an ihre Hände und neigte mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn den Gott Abrahams meines Herrn der mich den rechten Weg geführt hat dass ich für seinen Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme seid ihr nun die die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen so sagt mir es wenn nicht so sagt mir es auch dass ich mich wende zur rechten oder zur Linken da antwortete Laban und Betuel und sprachen das kommt vom Herrn darum können wir nichts dazu sagen weder böses noch gutes da ist Rebekka vor dir nimm sie und zieh hin dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn wie der Herr geredet hat als Abrahams Knecht diese Worte hörte neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke dann aß und trank er samt den Männern die mit ihm waren und sie blieben über Nacht all da am Morgen aber standen sie auf und er sprach lasst mich ziehen zu meinem Herrn aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen lasst doch das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben danach sollst du ziehen da sprach er zu ihnen haltet mich nicht auf denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben lasst mich dass ich zu meinem Herrn ziehe da sprachen sie wir wollen das Mädchen rufen und fragen was sie dazu sagt und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr willst du mit diesem manne ziehen sie antwortete ja ich will es da ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr du unsere Schwester wachse zu viel tausend mal tausend und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde so machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem manne nach und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen der mich sieht und wohnte im Südlande und er war ausgegangen um zu beten auf dem Felde gegen Abend und hob seine Augen auf und sah dass Kamele daher kamen und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak da stieg sie eilends vom Kamel und sprach zu dem Knecht wer ist der Mann der uns entgegen kommt auf dem Felde der Knecht sprach das ist mein Herr da nahm sie den Schleier und verhüllte sich und der Knecht erzählte Isaak alles was er ausgerichtet hatte da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekah und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb also wurde Isaak getröstet über seine Mutter Kapitel 25 Abraham nahm wieder eine Frau die hieß Ketura die gebar ihm Simran und Jokshan Medan und Midian Jishbak und Schuach Jokshan aber zeugte Saba und Dedan die Söhne Dedans aber waren die Aschuriter die Letuschiter und die Leumiter die Söhne Midians waren Eva Efer Henoch Abida und Elda diese alle sind Söhne der Ketura und Abraham gab all sein Gut Isaak Aber den Söhnen die er von den Nebenfrauen hatte gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland Das ist aber Abrahams Alter das er erreicht hat 175 Jahre und Abraham verschied und starb in einem guten Alter als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismail in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons des Sohnes Zoas des Hethithers die da liegt östlich von Mamre auf dem Felde das Abraham von den Hethithern gekauft hatte da ist Abraham begraben mit Sarah seiner Frau und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak seinen Sohn und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen der mich sieht Dies ist das Geschlecht Ismaels des Sohnes Abrahams den ihm Hagar gebar die Magd Sarahs aus Ägypten und dies sind die Namen der Söhne Ismaels nach denen ihre Geschlechter genannt sind der erstgeborene Sohn Ismaels Nebajot Dann Kedar Adbeel Mipsam Mishma Duma Massa Hada Thema Jetur Nafish und Ketma Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Gehöften und Zelt Dörfern Zwölf Fürsten nach ihren Stämmen Und das ist das Alter Ismaels Hundert und sieben und dreißig Jahre Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern Und sie wohnten von Hevila an bis nach Schuhe östlich von Ägypten nach Assyrien hin So ließ er sich nieder all seinen Brüdern zum Trotz Dies ist das Geschlecht Isaaks des Sohnes Abrahams Abraham zeugte Isaak Isaak aber war vierzig Jahre alt als er Rebekah zur Frau nahm die Tochter Betuel des Aramäers aus Mesopotamien die Schwester des Aramäers Laban Isaak aber bat den Herrn für seine Frau denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich erbitten und Rebekah seine Frau ward schwanger und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib da sprach sie wenn mir so gehen soll warum bin ich schwanger geworden und sie ging hin den Herrn zu befragen und der Herr sprach zu ihr zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem Anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen als als nun die Zeit kam dass sie gebären sollte siehe da waren Zwillinge in ihrem Leibe der erste der heraus kam war rötlich ganz rauh wie ein Fell und sie nannten ihn Esau danach kam heraus sein Bruder der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob sechzig Jahre alt war Isaak als sie geboren wurden und als nun die Knaben groß wurden wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett Rebekka aber hatte Jakob lieb und Jakob kochte ein Gericht da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob lass mich essen das rote Gericht denn ich bin müde daher heißt er Edom aber Jakob sprach verkaufe mir heute deine Erstgeburt Esau antwortete siehe ich muss doch sterben was soll mir da die Erstgeburt Jakob sprach so schwöre mir zuvor und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon so verachtete Esau seine Erstgeburt Kapitel 26 Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren die zu Abrahams Zeiten war und Isaak zog zu Abimelech dem König der Philister nach Gera da erschien ihm der Herr und sprach zieh nicht hinab nach Ägypten sondern bleibe in dem Lande das ich dir sage bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen den ich deinem Vater Abraham geschworen habe und will deinen Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte meine Gebote meine Weisungen und mein Gesetz so wohnte Isaak zu Gera und wenn die Leute am Ort fragte nach seiner Frau so sprach er sie ist meine Schwester denn er fürchtete sich zu sagen sie ist meine Frau er dachte nämlich sie könnten mich töten um Rebekkas willen denn sie ist schön von Gestalt als er nun eine Zeit lang da war sah Abimelech der König der Philister durchs Fenster und wurde gewahr dass Isaak scherzte mit Rebekka seiner Frau da rief Abimelech den Isaak und sprach siehe es ist deine Frau wie hast du denn gesagt sie ist meine Schwester Isaak antwortete ihm ich dachte ich würde vielleicht sterben müssen um ihret willen Abimelech sprach warum hast du uns das angetan es wäre leicht geschehen dass jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt hätte und du hättest so eine Schuld auf uns gebracht da gebot Abimelech allem Volk und sprach wer diesen Mann oder seine Frau antastet der soll des Todes sterben und Isaak säte in dem Land und erntete in jenem Jahre hundertfältig denn der Herr segnete ihn und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu bis er sehr reich wurde so dass er viel gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde darum beneideten ihn die Philister nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams seines Vaters und hatten sie mit Erde gefüllt und Abimelech sprach zu ihm zie von uns denn du bist uns zu mächtig geworden da zog Isaak von Dannen und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gera und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben die sie zur Zeit Abrahams seines Vaters gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben Namen mit denen sein Vater sie genannt hatte auch Zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen darüber zankten sie sich nicht darum nannte er ihn weiter Raum und sprach nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande Danach zog er von Dannen nach Bersebar und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach ich bin der Gott deines Vaters Abraham fürchte dich nicht denn ich bin mit dir und will dich segnen und deinen Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und seine Knechte gruben dort einen Brunnen und Abimelech ging zu ihm von Gerah nach Ahusat seinem Freund und Pichol seinem Feldhauptmann aber Isaak sprach zu ihnen warum kommt ihr zu mir hasst ihr mich doch und habt mich von euch getrieben sie sprachen wir sehen mit sehenden Augen dass der Herr mit dir ist darum sprachen wir es soll ein Eid zwischen uns und dir sein und wir wollen einen Bund mit dir schließen dass du uns keinem Schaden tust gleich wie wir dich nicht angetastet haben und dir nur alles Gute getan und dich mit Frieden haben ziehen lassen du du bist ja doch der gesegnete des Herrn da machte er ihnen ein mal und sie aßen und tranken und früh am morgen standen sie auf und einer schwor dem anderen und Isaak ließ sie gehen und sie zogen von ihm mit Frieden am selben Tage kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen den sie gegraben hatten und sprachen zu ihm wir haben Wasser gefunden und er nannte ihn schwor daher heißt die Stadt bersebar bis auf den heutigen tag als Esau vierzig jahre alt war nahm er zur Frau Judith die Tochter Beres des Hethitas und Basemat die Tochter Elons des Hethitas die machten Isaak und Rebekah lauter Herzeleid Kapitel siebenundzwanzig und es begab sich als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum sehen wurden rief er Esau seinen älteren Sohn und sprach zu ihm mein Sohn er aber antwortete ihm hier bin ich und 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 sieh ich bin alt geworden und weiß nicht wann ich sterben werde so nimm nun dein Gerät Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrät und mach mir ein Essen wie ich gern habe und bring mir es herein dass ich esse auf das dich meine Seele segne ehe ich sterbe Rebekah aber hörte diese Worte die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte und Esau ging hin aufs Feld dass er ein Wildbrät jagte und heimbrächte da sprach Rebekah zu Jakob ihrem Sohn siehe ich habe deinen Vater mit Esau deinem Bruder reden hören bringe mir ein Wildbrät und mach mir ein Essen das ich esse und dich segne vor dem Herrn ehe ich sterbe so höre nun mein Sohn auf mich und tu was ich dich heiße geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein dass ich deinem Vater ein Essen davon mache wie er es gerne hat das sollst du deinem Vater hinein tragen dass er esse auf das er dich segne vor seinem Tod Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekah siehe mein Bruder Esau ist rau doch ich bin glatt so könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen da sprach seine Mutter zu ihm der Fluch sei auf mir mein Sohn gehorche nur meinen Worten geh und hole mir da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter da machte seine Mutter ein Essen wie es sein Vater gerne hatte und nahm Esaus ihres älteren Sohnes Feierkleider die sie bei sich im Hause hatte und zog sie Jakob an ihrem jüngeren Sohn aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war am Halse und so gab sie das Essen mit dem Brot wie sie es gemacht hatte in die Hand ihres Sohnes Jakob und er ging hinein zu seinem Vater und sprach mein Vater er antwortete hier bin ich wer bist du mein Sohn Jakob sprach zu seinem Vater ich bin Esau dein erstgeborener Sohn ich habe getan wie du mir gesagt hast komm nun setze dich und iss von meinem Wildbret auf das mich deine Seele segne Isaak aber sprach zu seinem Sohn wie hast du so bald gefunden mein Sohn er antwortete der Herr dein Gott bescherte mir es da sprach Isaak zu Jakob tritt herzu mein Sohn dass ich dich betaste ob du mein Sohn Esau bist oder nicht so trat Jakob zu seinem Vater Isaak und als er ihn betastet hatte sprach er die Stimme ist Jakobs Stimme aber die Hände sind Esaus Hände und er erkannte ihn nicht denn seine Hände waren rau wie Esaus seines Bruders Hände und er segnete ihn und sprach bist du mein Sohn Esau er antwortete ja ich bin's da sprach er so bringe mir her mein Sohn zu essen von deinem Wildbret dass dich meine Seele segne da brachte er's ihm und er aß und er trug ihm auch Wein hinein und er trank und Isaak sein Vater sprach zu ihm komm her und küsse mich mein Sohn er trat hinzu und küsste ihn da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach siehe der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes das der Herr gesegnet hat Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen verflucht sei wer dir flucht gesegnet sei wer dich segnet als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinaus gegangen war von seinem Vater Isaak da kam Esau sein Bruder von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm richte dich auf mein Vater und iss von dem Wildbret deines Sohnes das mich deine Seele segne da antwortete ihm Isaak sein Vater wer bist du er sprach ich bin Esau dein erstgeborener Sohn da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach wer wo ist denn der Jäger der mir gebracht hat und ich habe von allem gegessen ehe du kamst und hab ihn gesegnet er wird auch gesegnet bleiben als Esau diese Worte seines Vaters hörte schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater segne mich auch mein Vater er aber sprach dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen da sprach er er heißt mit Recht Jakob denn er hat mich nun zweimal überlistet meine Erstgeburt hat er genommen und siehe nun nimmt er auch meinen Segen und er sprach hast du mir denn keinen Segen vorbehalten Isaac antwortete und sprach zu ihm ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder hab ich ihm zu Knechten gemacht mit Korn und Wein hab ich ihn versehen was soll ich nun dir noch tun mein Sohn Esau sprach zu seinem Vater hast du denn nur einen Segen mein Vater segne mich auch mein Vater und er erhob seine Stimme und weinte da da antwortete isaac sein Vater und sprach zu ihm siehe du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen aber es wird geschehen dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst und Esau war Jakob Gram um des Segens Willen mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte und sprach in seinem Herzen es wird die Zeit bald kommen dass man um meinen Vater Leid tragen muss dann will ich meinem Bruder Jakob umbringen da wurden Rebekka angesagt diese Worte ihres älteren Sohnes Esau und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm siehe dein Bruder Esau droht dir dass er dich umbringen will und nun höre auf mich mein Sohn mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Labar nach Haran und bleib eine Weile bei ihm bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wieder dich sich von dir wendet und er vergisst was du ihm getan hast dann will ich schicken und dich von dort holen lassen warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen Tag und Rebekah sprach zu Isaak mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese eine von den Töchtern des Landes was soll mir das Leben Kapitel 28 Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuel des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich dass du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams dir und deinen Nachkommen mit dir dass du besitzest das Land darin du jetzt ein Fremdling bist das Gott dem Abraham gegeben hat so entließ Isaak den Jakob dass er nach Mesopotamien zog zu Laban dem Sohn des Aramäas Betuel dem Bruder Rebekkas Jakobs und Esaus Mutter Nun sah Esau dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte um sich dort eine Frau zu nehmen er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans auch sah Esau dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog und dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gerne sah Da ging er hin zu Ismail und nahm zu den Frauen die er bereits hatte Mahalat die Tochter Ismaels des Sohnes Abrahams die Schwester Nebajots zur Frau Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte da blieb er über Nacht denn die Sonne war unter gegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen und ihm träumte und siehe eine Leiter stand auf Erden die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder und der Herr stand oben darauf und sprach ich bin der Herr der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott das Land darauf du liegst will ich dir und deinen Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden und siehe ich bin mit dir und will dich behüten wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land denn ich will dich nicht verlassen bis ich alles tue was ich dir zugesagt habe als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte sprach er für wahr der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht und er fürchtete sich und sprach wie heilig ist diese Stätte hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel vorher aber hieß die Stadt Luz und Jakob tat ein Gelübde und sprach wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen so soll der Herr mein Gott sein und dieser Stein den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal soll ein Gotteshaus werden und von allem was du mir gibst will ich dir den zehnten geben Kapitel neun und zwanzig da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land das im Osten liegt und sah sich um und siehe da war ein Brunnen auf dem Felde und siehe drei Herden Schafe lagen dabei denn von dem Brunnen pflegten sie die Herden zu tränken und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens und sie pflegten die Herden alle dort zu versammeln und den Stein von dem Brunnen Loch zu wälzen und die Schafe zu tränken und taten als dann den Stein wieder vor das Loch an seine Stelle und Jakob sprach zu ihnen liebe Brüder wo seid ihr her sie antworteten wir sind von Haran er sprach zu ihnen kennt ihr auch Laban den Sohn Nahors sie antworteten ja wir kennen ihn er sprach geht es ihm auch gut sie antworteten es geht ihm gut und siehe da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen er sprach es ist noch hoher Tag und ist noch nicht Zeit das Vieh einzutreiben tränkt die Schafe und geht hin und weidet sie sie antworteten wir können es nicht bis alle Herden zusammen gebracht sind und wir den Stein von des Brunnens Loch wälzen und dann die Schafe tränken als er noch mit ihnen redete kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters denn sie hütete die Schafe als Jakob aber Rahel sah die Tochter Labans des Bruders seiner Mutter und die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und drängte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter und er küsste Rahel und weinte laut und sagte ihr dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn da lief sie und sagte es ihrem Vater als aber Laban hörte von Jakob seiner Schwester Sohn lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus Da erzählte er Laban alles was sich begeben hatte Da sprach Laban zu ihm Fürwahr du bist von meinem Gebein und Fleisch Und als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war sprach Laban zu Jakob Zwar bist du mein Verwandter aber solltest du mir darum umsonst dienen Sage an was soll dein Lohn sein Laban aber hatte zwei Töchter Die ältere hieß Lea die jüngere Rahel Aber Leas Augen waren ohne Glanz Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach Ich will dir sieben Jahre um Rahel deine jüngere Tochter dienen Laban antwortete Es ist besser ich gebe sie dir als einem anderen bleib bei mir So diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor als während einzelne Tage so lieb hatte er sie Und Jakob sprach zu Laban Gib mir nun meine Braut denn die Zeit ist da dass ich zu ihr gehe Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leib Markt Am Morgen aber siehe da war es Lea Und Jakob sprach zu Laban Warum hast du mir das angetan Habe ich dir nicht um Rahel gedient Warum hast du mich denn betrogen Laban antwortete Es ist nicht Sitte in unserem Lande dass man die jüngere weggebe vor der älteren Halte mit dieser die Hochzeitswoche so will ich dir die andere auch geben für den Dienst den du bei mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leitmarkt So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre Als aber der Herr sah dass Lea ungeliebt war machte er sie fruchtbar Rahel aber war unfruchtbar und Lea war schwanger und gebar einen Sohn den nannte sie Ruben und sprach Der Herr hat angesehen mein Elend nun wird mich mein Mann lieb haben und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach Der Herr hat gehört dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon Aber abermals abermals sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein denn ich habe ihm drei Söhne geboren darum nannte sie ihn Levi zum vierten Mal war sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach Nun will ich dem Herrn danken darum nannte sie ihn Judah und sie hörte auf Kinder zu gebären Kapitel 30 Als Rahel sah dass sie Jakob kein Kind gebar beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob schaffe mir Kinder wenn nicht so sterbe ich Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach bin ich doch nicht Gott der dir deines Leibes Frucht nicht geben will sie aber sprach sie da ist meine Magd Bilha geh zu ihr dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme so gab sie ihm Bilha ihre Leib Magd zur Frau und Jakob ging zu ihr und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn da sprach Rahel Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben darum nannte sie ihn Dan abermals ward Bilha Rahels Leib Magd schwanger und gebar Jakob ihren zweiten Sohn da sprach Rahel über alle Maßen habe ich gekämpft mit meiner Schwester und ich habe gesiegt und nannte ihn Naftali Als nun Lea sah dass sie aufgehört hatte zu gebären nahm sie ihre Leibmarkt Silpa und gab sie Jakob zur Frau und Silpa Leas Leibmarkt gebar Jakob einen Sohn da sprach Lea Glück zu und nannte ihn Gad danach gebar Silpa Leas Leibmarkt Jakob ihren zweiten Sohn Da sprach Lea wohl mir denn mich werden selig preisen die Töchter und nannte ihn Asser Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea Da sprach Rahel zu Lea gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes Sie antwortete hast du nicht genug dass du mir meinen Mann genommen hast und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen Rahel sprach wohl an lass ihn diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes Als nun Jakob am Abend vom Felde kam ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach zu mir sollst du kommen denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes und er schlief die Nacht bei ihr und Gott erhörte Lea und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren fünften Sohn und sprach Gott hat mir gelohnt sie eine und nannte ihn Isaschah abermals ward Lea schwanger und gebar Jakob ihren sechsten Sohn und sprach Gott hat mich reich beschenkt nun wird mein Mann doch bei mir bleiben denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und nannte ihn Sebulon Danach gebar sie eine Tochter die nannte sie Dina Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach Gott hat meine Schmach von mir genommen und sie nannte ihn Josef und sprach der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben Als nun Rahel den Josef geboren hatte sprach Jakob zu Laban lass mich ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land gib mir meine Frauen und meine Kinder um die ich dir gedient habe dass ich ziehe denn du weißt wie ich dir gedient habe Laban sprach zu ihm lass mich Gnade vor deinen Augen finden ich spüre dass mich der Herr segnet um deinet Willen bestimme den Lohn den ich dir geben soll er aber sprach zu ihm du weißt wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh geworden ist unter mir du hattest wenig ehe ich her kam nun aber ist geworden zu einer großen Menge und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Schritte und nun wann soll ich auch für mein Haus sorgen er aber sprach was soll ich dir denn geben Jakob sprach du sollst mir gar nichts geben sondern wenn du mir tun willst was ich dir sage soll ich deine Schafe wieder weiden und hüten ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die bunten und gefleckten Ziegen was nun bunt und gefleckt sein wird das soll mein Lohn sein so wird meine Redlichkeit morgen für mich zeugen wenn du kommst wegen meines Lohnes den ich von dir nehmen soll was nicht gefleckt oder bunt unter den Ziegen und nicht schwarz sein wird unter den Lämmern das sei ein Diebstahl wenn es sich bei mir findet da sprach Laban wohl an es sei wie du gesagt hast und er sonderte an jenem Tage aus die sprengligen und bunten Böcke und alle gefleckten und bunten Ziegen wo nur etwas weißes daran war und alles was schwarz war unter den Lämmern und tat unter die Hand seiner Söhne und machte einen Raum drei Tage reisenweit zwischen sich und Jakob Jakob aber weidete die übrigen Herden Labans und Jakob nahm frische Stäbe von Pappeln Mandelbäumen und Platanen und schälte weiße Streifen daran aus sodass an den Stäben das Weiße bloß wurde und legte die Stäbe die er geschält hatte in die Tränkerinnen wo die Herden hinkommen mussten zu trinken dass sie da empfangen sollten wenn sie zu trinken kämen so empfingen die Herden über den Stäben und brachten sprenglige gefleckte und bunte da sonderte Jakob die Lämmer aus und machte sich eigene Herden die tat er nicht zu den Herden Labans wenn aber die Brunstzeit der kräftigen Tiere war legte er die Stäbe in die Rinnen vor die Augen der Herde dass sie über den Stäben empfingen aber wenn die Tiere schwächlich waren legte er sie nicht hinein so wurden die schwächlichen Tiere dem Laban zuteil aber die kräftigen dem Jakob daher wurde der Mann über die Maßen reich so dass er viele Schafe Mägde und Knechte Kamele und Esel hatte Kapitel 31 und es kamen vor ihm die Reden der Söhne Labans dass sie sprachen Jakob hat alles gut unseres Vaters an sich gebracht und nur von unseres Vaters gut hat er solchen Reichtum zuwege gebracht und Jakob sah an das Angesicht Labans und siehe er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor und der Herr sprach zu Jakob zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft ich will mit dir sein da sandte Jakob hin und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen ich sehe an eures Vaters Angesicht dass er gegen mich nicht ist wie zuvor aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen und ihr wisst dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe und er hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert aber Gott hat ihm nicht gestattet dass er mir Schaden täte wenn er sprach die bunten sollen dein Lohn sein so trug die ganze Herde bunte wenn er aber sprach die Sprenkligen sollen dein Lohn sein so trug die ganze Herde Sprenklige so hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden und mir gegeben denn wenn die Brunstzeit kam hob ich meine meine Augen auf und sah im Traum und siehe die Böcke die auf die Herde sprangen waren sprenglich gefleckt und bunt und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum Jakob und ich antwortete hier bin ich er aber sprach hebe deine Augen auf und sieh alle Böcke die auf die Herde springen sind sprenglich gefleckt und bunt denn ich habe alles gesehen was Laban dir antut ich bin der Gott der dir zu Betel erschienen ist wo du den Stein gesalbt hast und du hast mir daselbst ein Gelübde getan nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Hause haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt für wahr der ganze Reichtum dem Gott unserem Vater entzogen hat gehört uns und unseren Kindern alles nun was Gott dir gesagt hat das tu da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele und führte weg all sein Vieh und alle seine Habe die er in Mesopotamien erworben hatte dass er käme zu Isaak seinem Vater ins Land Kanaan Laban Laban aber war gegangen seine Herde zu scheren und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott und Jakob täuschte Laban den Aramäer damit dass er ihm nicht ansagte dass er ziehen wollte so floh er mit allem was sein war machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Gilead Am dritten Tage wurde Laban angesagt dass Jakob geflohen wäre und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach sieben Tage reisen weit und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead aber Gott kam zu Laban dem Aramäer im Traum des Nachts und sprach zu ihm hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich und Laban holte Jakob ein Jakob aber hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge und Laban mit seinen Brüdern schlug sein Zelt auch auf dem Gebirge Gilead auf da sprach Laban zu Jakob was hast du getan dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt als wenn sie im Krieg gefangen wären warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast mir es nicht angesagt dass ich dich geleitet hätte mit Freuden mit Liedern mit Pauken und Harfen und hast mich nicht einmal lassen meine Enkel und Töchter küssen nun du hast töricht getan ich hätte wohl so viel Macht dass ich euch böses antun könnte aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen Jakob antwortete und sprach zu Laban ich fürchtete mich und dachte du würdest deine Töchter von mir reißen bei wem du aber deinen Gott findest der sterbe hier vor unseren Brüdern suche das deine bei mir und nimm's hin Jakob wusste aber nicht dass Rahel ihn gestohlen hatte da da laban in die zelte Jakobs und leas und der beiden mägde und fand nichts und ging aus dem zelt leas in das zelt rahels rahel aber hatte den hausgott genommen und unter den kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt laban aber betastete das ganze zelt und fand nichts da sprach sie zu ihrem vater mein herr zürne nicht denn ich kann nicht aufstehen vor dir denn es geht mir nach der frauen weise daher fand er den hausgott nicht wie sehr er auch suchte und Jakob wurde zornig und schallt laban und sprach zu ihm was hab ich übles getan oder gesündigt dass du so hitzig hinter mir her bist du hast all meinen hausrat betastet was hast du von deinem hausrat gefunden lege das her vor meinen und deinen brüdern dass sie zwischen uns beiden richten diese zwanzig jahre bin ich bei dir gewesen deine schafe und ziegen haben keine fehlgeburt gehabt die widder deiner herde habe ich nie gegessen was die wilden tiere zerrissen brachte ich dir nicht ich musste es ersetzen du fordertest es von meiner hand es mochte mir des tages oder des nachts gestohlen sein des tages kam ich um vor hitze und des nachts vor frost und kein schlaf kam in meine augen so so ich diese zwanzig jahre in deinem hause gedient vierzehn um deine töchter und sechs um deine herde und du hast mir meinen lohn zehnmal verändert wenn ich der gott meines vaters der gott abrahams und der schrecken isaaks auf meiner seite gewesen wäre du hättest mich leer ziehen lassen aber gott hat mein elend und meine mühe angesehen und hat diese nacht rechtes urteil gesprochen laban antwortete und sprach zu jakob die töchter sind meine töchter und die kinder sind meine kinder und die herden sind meine herden und alles was du siehst ist mein was kann ich heute für meine töchter oder ihre kinder tun die sie geboren haben so komm nun und lass uns einen bund schließen ich und du der ein zeuge sei zwischen mir und dir da nahm jakob einen stein und richtete ihn auf zu einem stein mal laban aber sprach zu seinen brüdern leset steine auf und sie nahmen steine und machten davon einen haufen und aßen daselbst auf dem steinhaufen und laban nannte ihn jäger sahaduta jakob aber nannte ihn gilead da sprach laban der steinhaufe sei heute zeuge zwischen mir und dir daher nennt man ihn gilead und mit jespa denn er sprach der herr wache als sperr über mir und dir wenn wir voneinander gegangen sind dass du meine töchter nicht bedrückst oder andere frauen dazu nimmst zu meinen töchtern es ist hier kein mensch bei uns siehe aber gott ist der zeuge zwischen mir und dir und laban sprach weiter zu jakob siehe das ist der haufe und das ist das steinmal das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir dieser steinhaufe sei zeuge und das steinmal sei auch zeuge dass ich nicht an diesem haufen vorüber ziehe zu dir hin oder du vorüber ziehst zu mir hin an diesem haufen und diesem mal in böser Absicht der gott abrahams und der gott nahors sei richter zwischen uns der gott ihres vaters und jakob schwor ihm bei dem schrecken isaaks dem gott seines vaters und jakob opferte auf dem gebirge und lud seine brüder zum essen und als sie gegessen hatten blieben sie auf dem gebirge über nacht kapitel 32 am morgen aber stand laban früh auf küßte seine enkel und töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen ort jakob aber zog seinen weg und es begegneten ihm die engel gottes und als er sie sah sprach er hier ist gottes heerlager und nannte diese stätte mahanaim jakob aber schickte boten vor sich her zu seinem bruder esau ins land seh ihr in das gebiet von edom und befahl ihnen und sprach so sprech zu esau meinem herrn dein knecht jakob lässt dir sagen ich bin bisher bei laban lange in der fremde gewesen und habe rinde und esel schafe knechte und mägde und habe ausgesandt es dir meinem herrn anzusagen damit ich gnade vor deinen augen fände die boten kamen zu jakob zurück und sprachen wir kamen zu deinem bruder esau und er zieht dir auch entgegen mit vierhundert man da fürchtete sich jakob sehr und ihm wurde bange und er teilte das volk das bei ihm war und die schafe und die rinder und die kamele in zwei lager und sprach wenn esau über das eine lager kommt und macht es nieder so wird das andere entrinnen weiter sprach jakob gott meines vaters abraham und gott meines vaters isaac der du zu mir gesagt hast zieh wieder in dein land und zu deiner verwandtschaft ich will dir wohltun her ich bin zu gering aller barmherzigkeit und aller treue die du an deinem knechte getan hast denn ich hatte nicht mehr als diesen stab als ich hier über den jordan ging und nun sind aus mir zwei lager geworden und rette er von der hand esaus denn ich fürchte mich vor ihm dass er komme und schlage mich die mütter samt den kindern du hast gesagt ich will dir wohltun und deinen nachkommen machen wie den sand am meer den man der menge wegen nicht zählen kann und er blieb die nacht da und nahm von dem was er erworben hatte ein geschenk für seinen bruder esau zweihundert ziegen zwanzig böcke zweihundert schafe zwanzig widder und dreißig säugende kamele mit ihren füllen vierzig kühe und zehn junge stiere zwanzig eselinnen und zehn esel und tat sie unter die hand seiner knechte je eine herde besonders und sprach zu ihnen geht vor mir her und lasst raum zwischen einer herde und der anderen und gebot dem ersten und sprach wenn dir mein bruder esau begegnet und dich fragt wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen eigentum ist das was du vor dir her treibst sollst es gehört deinem knechte jakob der sendet es als geschenk seinem herrn esau und zieht hinter uns her ebenso gebot er auch dem zweiten und dem dritten und allen die den herden nachgingen und sprach wie ich euch gesagt habe so sage zu esau wenn ihr ihm begegnet und saget ja auch siehe dein knecht jakob kommt hinter uns denn er dachte ich will ihn versöhnen mit dem geschenk das vor mir her geht danach will ich ihn sehen vielleicht wird er mich annehmen so ging das geschenk vor ihm her jahre 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 seine augen auf und sah seinen bruder esau kommen mit vierhundert mann und und verteilte seine kinder auf leah und auf rahel und auf die beiden leib mägde und stellte die mägde mit ihren kindern vorne an und leah mit ihren kindern dahinter und rahel mit josef zuletzt und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur erde bis er zu seinem bruder kam esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den hals und küßte ihn und sie weinten und esau hob seine augen auf und sah die frauen mit den kindern und sprach wer sind diese bei dir er antwortete es sind die kinder die gott deinen knecht beschert hat und die mägde traten herzu mit ihren kindern und neigten sich vor ihm lea trat auch herzu mit ihren kindern und sie neigten sich vor ihm danach traten josef und rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm und esau sprach was willst du mit all den herden denen ich begegnet bin er antwortete dass ich gnade fände vor meinem herrn esau sprach ich habe genug mein bruder behalte was du hast jakob antwortete ach nein hab ich gnade gefunden vor dir so nimm mein geschenk von meiner hand denn ich sah dein angesicht als sähe ich gottes angesicht und du hast mich freundlich angesehen nimm doch diese segensgabe von mir an die ich dir zugebracht habe denn gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug so nötigte er ihn dass er sie nahm und esau sprach lass uns aufbrechen und fortziehen ich will mit dir ziehen er aber sprach zu ihm mein herr weiß daß ich zarte kinder bei mir habe dazu säugende schafe und kühe wenn sie auch nur einen tag übertrieben würden würde mir die ganze herde sterben mein herr ziehe vor seinem knechte her ich will gemächlich hinten nachtreiben wie das vieh und die kinder gehen können bis ich komme zu meinem herrn nach seh ihr esau sprach so will ich doch bei dir lassen etliche von meinen leuten er antwortete ist das denn nötig lass mich nur gnade vor meinem herrn finden so zog esau an jenem tage wiederum seines weges nach seh ihr und jakob zog nach sukoth und baute sich ein haus und machte seinem vieh hütten daher heißt die städte sukoth danach kam jakob wohlbehalten zu der stadt sichem die im lande kaner anliegt nachdem er aus mesopotamien gekommen war und lagerte vor der stadt und kaufte das land wo er sein zelt aufgeschlagen hatte von den söhnen hemors des vaters sichems um hundert goldstücke und errichtete dort einen altar und nannte ihn gott ist der gott israels kapitel vier und dreißig dina aber leas tochter die sie jakob geboren hatte ging aus die töchter des landes zu sehen als sichem sie sah der sohn des hevitas hemor der des landes herr war nahm er sie legte sich zu ihr und tat ihr gewalt an und sein herz hing an ihr und er hatte das mädchen lieb und redete freundlich mit ihr und sichem sprach zu seinem vater hemor nimm mir das mädchen zur frau und jakob erfuhr dass seine tochter dina geschändet war und seine söhne waren mit dem vieh auf dem felde und jakob schwieg bis sie kamen da ging hemor sichems vater hinaus zu jakob um mit ihm zu reden indessen kamen die söhne jakobs vom felde und als sie es hörten verdross es die männer und sie wurden sehr zornig dass er eine schandtat an israel begangen und bei jakobs tochter gelegen hatte denn solches durfte nicht geschehen da da redete hemor mit ihnen und sprach das herz meines sohnes sichem sehnt sich nach eurer tochter gebt sie ihm doch zur frau verschwägert euch doch mit uns gebt uns eure töchter und nehmt ihr unsere töchter und wohnt bei uns das land soll euch offen sein bleibt und treibt handel und werdet ansässig und sichem sprach zu ihrem vater und zu ihren brüdern lasst mich gnade bei euch finden was ihr mir sagt das will ich geben fordert nur getrost von mir brautpreis und geschenk ich will es geben wie ihr es verlangt gebt mir nur das mädchen zur frau da antworteten jakobs söhne dem sichem und seinem vater hemor hinterhältig weil ihre schwester diener geschändet war und sprachen zu ihnen wir können das nicht tun dass wir unsere schwester einem unbeschnittenen mann geben denn das wäre uns eine schande doch dann wollen wir euch zu willen sein wenn ihr uns gleich werdet und alles was männlich unter euch ist beschnitten wird dann wollen wir unsere töchter euch geben und eure töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein volk sein wenn ihr aber nicht einwilligen wollt euch zu beschneiden so wollen wir unsere schwester nehmen und davon ziehen die rede gefiel hemor und seinem sohn gut und der jüngling zögerte nicht dies zu tun denn er hatte großes gefallen an der tochter jakobs und er war mehr angesehen als alle in seines vaters hause da kamen sie nun hemor und sein sohn sichem zum tor ihrer stadt und redeten mit den bürgern der stadt und sprachen diese leute sind friedsam bei uns lasst sie im lande wohnen und handel treiben das land ist weit genug für sie wir wollen uns ihre töchter zu frauen nehmen und ihnen unsere töchter geben aber nur dann wollen sie uns zu willen sein dass sie bei uns wohnen und ein Volk mit uns werden wenn wir alles unter uns ist beschneiden gleich wie sie beschnitten sind ihr Vieh und ihre Güter und alles was sie haben wird es nicht unser sein so wollen wir ihnen nur zu willen sein damit sie bei uns wohnen und sie gehorchten dem Hemor und sichem seinem Sohn alle die zum Tor seiner Stadt aus und eingingen und geschnitten alles was männlich war das zu seiner Stadt aus und einging aber am dritten Tage als sie schmerzen hatten nahmen die zwei Söhne Jakob Simeon und Levi die Brüder der Diener ein jeder sein Schwert und überfielen die friedliche Stadt und erschlugen alles was männlich war und erschlugen auch Hemor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Dina aus dem Hause Sichems und gingen davon da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt weil man ihre Schwester geschändet hatte und nahmen ihre Schafe Rinder Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war und alle ihre habe alle Kinder und Frauen führten sie gefangen hinweg und plünderten alles was in den Häusern war aber Jakob sprach zu Simeon und Levi ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes den Kanaanitern und Perisitern und ich habe nur wenige Leute wenn sie sich nun gegen mich versammeln werden sie mich erschlagen so werde ich vertilgt samt meinem Hause sie antworteten aber durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln Kapitel 35 und Gott sprach zu Jakob mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott der dir erschien als du flohst vor deinem Bruder Esau da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen die mit ihm waren tut von euch die fremden Götter die unter euch sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen dass ich dort einen Altar errichte dem Gott der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege den ich gezogen bin da gaben sie ihm alle fremden Götter die in ihren Händen waren und ihre Ohrringe und er vergrub sie unter der Eiche die bei sich entstand und und brachen auf und es kam ein Gottes Schrecken über die Städte die um sie her lagen so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten so kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan das nun Bethel heißt samt all dem Volk das mit ihm war und er baute dort einen Altar und nannte die Städte El Bethel weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte als er vor seinem Bruder floh da starb Deborah die Amme der Rebekka und wurde begraben unterhalb von Bethel unter der Eiche die wurde genannt die Klageeiche und Gott erschien Jakob abermals nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und segnete ihn und sprach zu ihm du heißt Jakob aber du sollst nicht mehr Jakob heißen sondern Israel sollst du heißen und so nannte er ihn Israel und Gott sprach zu ihm ich bin der allmächtige Gott sei fruchtbar und mehre dich ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen und das Land das ich Abraham und Isaac gegeben habe will ich dir geben und will es deinem Geschlechte nach dir geben und Gott fuhr auf von ihm an der Stätte da er mit ihm geredet geredet Jakob aber richtete ein steinernes Mahl auf an der Stätte da er mit ihm geredet hatte und goss Trankopfer darauf und begoss es mit Öl und Jakob nannte die Stätte da Gott mit ihm geredet hatte Betel und sie brachen auf von Betel und als es noch eine Strecke Weges war bis Ephrata da gebar Rahel und es kam sie hart an über der Geburt da ihr aber die Geburt so schwer wurde sprach die Wehmutter zu ihr fürchte dich nicht denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste nannte sie ihn Ben Oni aber sein Vater nannte ihn Benjamin so starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata das nun Bethlehem heißt und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal Eder und es begab sich als Israel im Lande wohnte ging Ruben hin und legte sich zu Bilhar seines Vaters Nebenfrau und das kam vor Israel es hatte aber Jakob zwölf Söhne die Söhne Leas waren diese Ruben der erstgeborene Sohn Jakobs Simeon Levi Judah Issachar und Sebulon Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin Die Söhne Bilhards Rahels Magd Dan und Naftali Die Söhne Silpas Leas Magd Gad und Aser Das sind die Söhne Jakobs die ihm geboren sind in Mesopotamien Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre nach Kirjat Arba das ist Hebron wo Abraham und Isaak als Fremdlinge gelebt hatten Und Isaak wurde hundert und achtzig Jahre alt verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern alt und lebensatt und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn Kapitel 36 Dies ist das Geschlecht Esaus der auch Edom heißt Esau nahm sich Frauen von den Töchtern Kanaans Ada die Tochter Elons des Hethitas und Oholibama die Tochter des Ana des Sohnes Zibons des Horitas und Basemat Ismaels Tochter Nabajos Schwester und Ada gebar dem Esau Eliphas und Basemat gebar Reguel Oholibama gebar Jehush Jalam und Korah das sind Esaus Söhne die ihm geboren sind im Lande Kanaan Und Esau nahm seine Frauen Söhne und Töchter und alle Leute seines Hauses seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern die er im Lande Kanaan erworben hatte und zog in das Land Seir hinweg von seinem Bruder Jakob Denn ihre Habe war zu groß als dass sie beieinander wohnen konnten Das Land darin sie Fremdlinge waren vermochte sie nicht zu ernähren wegen der Menge ihres Viehs Daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seir Esau ist Edom Dies ist das Geschlecht Esaus von dem die Edomiter herkommen auf dem Gebirge Seir Und so heißen die Söhne Esaus Eliphas der Sohn Adas der Frau Esaus Reguel der Sohn Basemats der Frau Esaus Des Eliphas Söhne aber waren diese Teman Omar Zefo Gaetham und Kenas Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas des Sohnes Esaus Die gebar ihm Amalek Das sind die Söhne von Ada der Frau Esaus Die Söhne aber Reguels sind diese Nahat Serach Schammer Misa Das sind die Söhne von Basemat der Frau Esaus Die Söhne aber von Oholibama der Frau Esaus der Tochter des Ana des Sohnes Zibons die sie dem Esau gebahr sind diese Jehus Jalam und Korah Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus Die Söhne des Eliphas des ersten Sohnes Esaus der Fürst Teman der Fürst Oma der Fürst Zepho der Fürst Kenas der Fürst Korah der Fürst Gaetam der Fürst Amalek Das sind die Fürsten von Eliphas im Lande Edom und sind Söhne von der Ada Und dies sind die Söhne Reguels des Sohnes Esaus Der Fürst Nahat der Fürst Serach der Fürst Schammah der Fürst Misa Das sind die Fürsten von Reguel im Lande der Edomiter und sind Söhne von der Basemat der Frau Esaus Dies sind die Söhne Oholibamas der Frau Esaus Der Fürst Jeusch Der Fürst Jalam Der Fürst Kora Das sind die Fürsten von Oholibama der Tochter des Ana der Frau Esaus Das sind Esaus Söhne und ihre Fürsten Das ist Edom Die Söhne aber von Seir dem Horiter die im Lande wohnten sind diese Lotan Schobal Zibon Ana Dishon Ezer und Dishan Das sind die Stammesfürsten der Horiter Söhne des Seir im Lande Edom Aber des Lotan Söhne waren diese Hori und Hemam und Lotans Schwester hieß Timna Die Söhne von Schobal waren diese Alvan Manahat Ebal Shefi und Onam Die Söhne von Zibon waren Aja und Ana Das ist der Ana der in der Steppe die warmen Quellen fand als er die Esel seines Vaters Zibon hütete Der Sohn Anas aber war Dishon und Oholibama war die Tochter Anas Die Söhne Dishons waren Hemdan Espan Jitran und Keran Die Söhne Ezes waren Bilhan Savan und Akan Die Söhne Dishans waren Uts und Aran Dies sind die Stammesfürsten der Horita Der Fürst Lothan Der Fürst Schobal Der Fürst Zibon Der Fürst Ana Der Fürst Dishon Der Fürst Ezer Der Fürst Dishan Das sind die Fürsten der Horita nach ihren Stämmen im Lande Seir Die Könige aber die im Lande Edom regiert haben bevor Israel Könige hatte sind diese Bela war König von Edom ein Sohn Beors und seine Stadt hieß Dinhaber und als Bela starb wurde König an seiner Stadt Jobab ein Sohn Serachs von Botsra als Jobab starb wurde an seiner Stadt König Huscham aus dem Lande der Themanite als Huscham starb wurde König an seiner Stadt Hadad ein Sohn Bedaz der die Midianiter schlug auf dem Felde der Moabiter und seine Stadt hieß Avid als Hadad starb regierte Sammler von Masrek als Sammler starb wurde Saul von Rehoboth am Strom König von seiner Stadt als Saul starb wurde König an seiner Stadt Baal Hanan der Sohn Achbors Als Baal Hanan Achbors Sohn starb wurde König an seiner Stadt Hadad und seine Stadt hieß Pagu und seine Frau hieß Mehetabel eine Tochter Matrez die Meshababs Tochter war So heißen die Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern Orten und Namen Der Fürst Timna Der Fürst Alva Der Fürst Jetit Der Fürst Oholibama Der Fürst Ela Der Fürst Pinon Der Fürst Kenas Der Fürst Teman Der Fürst Mipza Der Fürst Magdiel Der Fürst Iram Das sind die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen in ihrem Erblande Das ist Esau der Stammvater der Edomiter Kapitel 37 Jakob aber wohnte im Lande in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war im Lande Kanaan und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas der Frauen seines Vaters und brachte es vor ihren Vater wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock Als nun seine Brüder sahen dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen dazu dazu hatte josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon da wurden sie ihm noch mehr Feind denn er sprach zu ihnen höre doch was mir geträumt hat sie wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und stand aber eure Garben stellten sich rings umher und neigten sich vor meiner Garbe da sprachen seine Brüder zu ihm willst du unser König werden und über uns herrschen und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen und er hatte noch einen zweiten Traum den erzählte er seinen Brüdern und sprach ich habe noch einen Traum gehabt sie die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte schallt ihn sein Vater und sprach zu ihm was ist das für ein Traum den du geträumt hast soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen und seine Brüder wurden neidisch auf ihn aber sein Vater behielt diese Worte als nun seine Brüder hingegangen waren um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden sprach Israel zu Josef Hüten mich deine Brüder das Vieh in Sichem komm ich will dich zu ihnen senden er aber sprach hier bin ich und er sprach geh hin und sieh ob es gut steht um deine Brüder und um das Vieh und sage mir dann wie sich es verhält und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem da fand ihn ein Mann wie er umher irrte auf dem Felde der fragte ihn und sprach wem suchst du er antwortete ich suche meine Brüder sage mir doch wo sie hüten der Mann sprach sie sind von dannen gezogen denn ich hörte dass sie sagten lass uns nach dotan gehen da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in dotan als sie ihn nun sahen von ferne ehe er nahe zu ihnen kam machten sie einen Anschlag daß sie ihn töteten und sprachen untereinander seht der träumer kommt daher so kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen ein böses Tier habe ihn gefressen so wird man sehen was seine Träume sind als das Ruben hörte wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach lasst uns ihn nicht töten und weiter sprach Ruben zu ihnen vergießt nicht Blut sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wieder bringen als nun Josef zu seinen Brüdern kam zogen sie ihm seinen Rock aus den bunten Rock den er anhatte und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube aber die Grube war leer und kein Wasser darin und sie setzten sich nieder um zu essen indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismailitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen die trugen kostbares Harz Balsam und Mürre und zogen hinab nach Ägypten da sprach Judah zu seinen Brüdern was hilft uns dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen kommt lasst uns ihm den Ismailitern verkaufen damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen denn er ist unser Bruder unser Fleisch und Blut und sie gehorchten ihm als aber die midianitischen Kaufleute vorüber kamen zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismailitern die die brachten die brachten nach Ägypten als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach der Knabe ist nicht da wo soll ich hin da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagten diesen haben wir gefunden sie ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht er erkannte ihn aber und sprach es ist meines Sohnes Rock ein böses Tier hat ihn gefressen ein reißendes Tier hat Josef zerrissen und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein herrenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm ihn zu trösten aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach ich werde mit Leid hinunter fahren zu den Toten zu meinem Sohn und sein Vater beweinte ihn Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar des Pharao Kemmerer und Obersten der Leibwache Kapitel 38 Es begab sich um diese Zeit dass Judah hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam der hieß Hira und Judah sah dort die Tochter eines Kannaanitas der hieß Schua und nahm sie zur Frau und als er zu ihr einging ward sie schwanger und gebar einen Sohn den nannte er Ger und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn den nannte sie Onan sie gebar abermals einen Sohn den nannte sie Schela und sie war in Kesib als sie ihn gebar und Judah gab seinem ersten Sohn Ger eine Frau die hieß Tama aber Ger war böse vor dem Herrn darum ließ ihn der Herr sterben da sprach Judah zu Onan geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwager ehe auf das du deinem Bruder Nachkommen schaffest aber da Onan wusste dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten ließ er es auf die Erde fallen und verderben wenn er einging zu seines Bruders Frau auf das er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe dem Herrn missfiel aber was er tat und er ließ ihn auch sterben da sprach Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause bis mein Sohn Scheler groß wird denn er dachte vielleicht würde der auch sterben wie seine Brüder So ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause Als nun viele Tage verlaufen waren starb Judas Frau die Tochter des Schua und nachdem Judah ausgetrauert hatte ging er hinauf seine Schafe zu scheren nach Timna mit seinem Freunde Hira von Abdullam Da wurde der Tamar gesagt siehe dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna seine Schafe zu scheren Da legte sie die Witwenkleider von sich die sie trug deckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enayim an dem Wege nach Timna Denn sie hatte gesehen dass Scheler groß geworden war aber sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben Als Judah sie nun sah meinte er es wäre eine Hure denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt und er machte sich zu ihr am Wege und sprach lass mich doch zu dir kommen denn er wusste nicht dass es seine Schwiegertochter war sie antwortete was was du mir geben wenn du zu mir kommst er sprach ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden sie antwortete so gib mir ein Pfand bis du ihn mir sendest er sprach was willst du für ein Pfand das ich dir geben soll sie antwortete dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab den du in der Hand hast da gab er ihr und kam zu ihr und sie ward von ihm schwanger und sie machte sich auf und ging hinweg und legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an Judah aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund von Adulam damit er das Pfand zurückholte von der Frau und er fand sie nicht da fragte er die Leute des Ortes und sprach wo ist die Hure die zu Enajem am Wege saß sie antworteten es ist keine Hure da gewesen und er kam wieder zu Judah und sprach ich habe sie nicht gefunden dazu sagen die Leute des Ortes es sei keine Hure da gewesen Judah sprach sie mags behalten damit wir nur nicht in Verruf geraten siehe ich habe den Bock gesandt und du hast sie nicht gefunden nach 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 drei monaten wurde Judah angesagt deine schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben und siehe sie ist davon schwanger geworden Judah sprach führt sie heraus dass sie verbrannt werde und als man sie hinaus führte schickte sie zu ihrem schwiegervater und sprach von dem Mann bin ich schwanger dem dies gehört und sie sprach erkennst du auch wem die siegel und diese schnur und dieser stab gehören Judah erkannte es und sprach sie ist gerechter als ich denn ich habe sie meinem sohn scheler nicht gegeben doch wohnte er ihr nicht mehr bei und als sie gebären sollte wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden und als sie gebar tat sich eine Hand heraus dann nahm die Wehmutter einen roten Faden und band ihn darum und sprach der ist zuerst heraus gekommen als aber der seine Hand wieder hinein zog kam sein Bruder heraus und sie sprach warum hast du um deinet willen solchen Riß gerissen und man nannte ihn Peretz danach kam sein Bruder heraus der den roten Faden um seine Hand hatte und man nannte ihn Serach Kapitel 39 Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar ein ägyptischer Mann des Pharao Kemmerer und Oberster der Leibwache kaufte ihn von den Ismailitern die ihn hinab gebracht hatten und der Herr war mit Josef so dass er ein Mann wurde dem alles glückte und er war in seines Herrn des Ägypters Hause und sein Herr sah dass der Herr mit ihm war denn alles was er tat das ließ der Herr in seiner Hand glücken so dass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde der setzte ihn über sein Haus und alles was er hatte tat er unter seine Hände und von der Zeit an da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte segnete der Josefs Willen und es war lauter Segen des Herrn in allem was er hatte zu Hause und auf dem Felde darum ließ er alles unter Josefs Händen was er hatte und kümmerte sich da er ihn hatte um nichts außer um das was er aß und trank und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht und es begab sich danach dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach lege dich zu mir er weigerte sich aber und sprach zu ihr siehe mein Herr kümmert sich da er mich hat um nichts was im Hause denn ein sollt tun und gegen Gott sündigen und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich aber er gehorchte ihr nicht dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre es begab sich eines tages dass Josef in das Haus ging seine Arbeit zu tun und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach lege dich zu mir aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und lief zum Hause hinaus als sie nun sah dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen seht er hat uns den hebräischen Mann hergebracht dass der lebe er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen aber ich rief mit lauter Stimme und als er hörte dass ich ein Geschrei machte und rief da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus und sie legte sein Kleid neben sich bis sein Herr heim kam und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach der hebräische Knecht den du uns hergebracht hast kam zu mir herein und wollte seinen Mut willen mit mir treiben als ich aber ein Geschrei machte und rief da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus als sein Herr die Worte seiner Frau hörte die sie ihm sagte und sprach so hat dein Knecht an mir getan wurde er sehr zornig da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis in dem des Königs Gefangene waren und er lag all da im Gefängnis aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihm Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab geschehen musste der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts denn der Herr war mit Josef und was er tat dazu gab der Herr Glück Kapitel 40 und es begab sich danach dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn dem König von Ägypten und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer gegen den obersten über die schenken und gegen den obersten über die Bäcker und ließ sie setzen in des Amtmanns Haus ins Gefängnis wo Josef gefangen lag und der Amtmann gab ihnen Josef bei dass er ihnen diente und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis und es träumte ihnen beiden dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah dass sie traurig waren fragte er sie und sprach warum seid ihr heute so traurig sie antworteten es hat uns geträumt und wir haben niemand der es uns auslege Josef sprach auslegen gehört Gott zu doch erzählt mir es da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef mir hat geträumt dass ein Weinstock vor mir wäre der hatte drei Reben und er grünte wuchs und blühte und seine trauben wurden reif und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand Josef sprach zu ihm das ist seine Deutung drei Reben sind drei Tage nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen dass du ihm den Becher in die Hand gebest wie vormals als du sein Schenk warst aber gedenke meiner wenn dir es wohl geht und tu Barmherzigkeit an mir dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und auch hier habe ich nichts getan weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen als der oberste Bäcker sah dass die Deutung gut war sprach er zu Josef mir hat auch geträumt ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt Josef antwortete und sprach das ist seine Deutung drei Körbe sind drei Tage und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen und es geschah am dritten Tage da beging der Pharao seinen Geburtstag und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt dass er den Becher reiche in des Pharao hand Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen wie ihnen Josef gedeutet hatte Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef sondern vergaß ihn Kapitel 41 Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe Die gingen auf der Weide in Grase Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen fetten Kühe Da erwachte der Pharao Und er schlief wieder ein und ihm träumte abermals Und er sah dass sieben Ähren aus einem Halm wuchsen voll und dick Danach sah er sieben dünne Ähren aufgehen die waren vom Ostwind versenkt Und die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren Da Da erwachte der Pharao und merkte dass es ein Traum war Und als es morgen wurde war sein Geist bekümmert und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume Aber da war keiner der sie dem Pharao deuten konnte Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach Ich muss heute an meine Sünden denken Als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte in des Amtmanns Hause da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden sein Traum dessen Deutung ihn betraf Da war bei uns ein hebräischer Jüngling des Amtmanns Knecht dem erzählten wir's und er deutete uns unsere Träume einem jeden nach seinem Traum und wie er uns deutete so ist's gekommen denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt aber jener wurde aufgehängt da so so kannst du deuten josef antwortete dem pharao und sprach das steht nicht bei mir Gott wird jedoch dem pharao gutes verkünden der pharao sprach zu josef mir träumte ich stand am ufer des nils und sah aus dem wasser steigen sieben schöne fette kühe die gingen auf der weide in grase und nach ihnen sah ich andere sieben dürre sehr hässliche und magere kühe heraussteigen ich habe in ganz ägyptenland nicht so hässliche gesehen und die sieben mageren und hässlichen kühe fraßen die sieben ersten fetten kühe auf und als sie die hineingefressen hatten merkte man es ihnen nicht an dass sie die gefressen hatten und waren hässlich wie zuvor da wachte ich auf und ich sah abermals in meinem traum sieben ähren auf einem halm wachsen voll und dick danach gingen auf sieben dürre ähren dünn und versenkt und die sieben dünnen ähren verschlangen die sieben dicken ähren und ich habe es den wahrsagern gesagt aber sie können es mir nicht deuten josef antwortete dem pharao beide träume des pharao bedeuten das gleiche gott verkündet dem pharao was er vorhat die sieben schönen kühe sind sieben jahre und die sieben guten ähren sind dieselben sieben jahre es ist ein und derselbe traum die sieben mageren und hässlichen kühe die nach jenen aufgestiegen sind das sind sieben jahre und die sieben mageren und versenkten ähren sind sieben jahre des hungers das meinte ich wenn ich gesagt habe zum pharao dass Gott dem pharao zeigt was er vorhat siehe sieben reiche jahre werden kommen in ganz ägypten land und nach ihnen werden sieben jahre des hungers kommen so dass man vergessen wird alle fülle in ägypten land und der hunger wird das land verzehren dass man nichts wissen wird von der fülle im lande vor der hungers not die danach kommt denn sie wird sehr schwer sein das aber dem pharao zweimal geträumt hat bedeutet dass gott solches gewiß und eilend tun wird nun sehe der pharao nach einem verständigen und weisen mann den er über ägyptenland setze und sorge dafür dass er amtleute verorten im lande und nehme den fünften in ägyptenland in den sieben reichen jahren und lasse sie sammeln den ganzen ertrag der guten jahre die kommen werden dass sie getreide aufschütten in des pharaos kornhäusern zum vorrat in den städten und es verwahren damit für nahrung gesorgt sei für das land in den sieben jahren des hungers die über ägyptenland kommen werden und das land nicht vor hunger verderbe die rede gefiel dem pharao und allen seinen großen gut und der pharao sprach zu seinen großen wie könnten wir einen mann finden in dem der geist gottes ist wie in diesem und er sprach zu josef weil dir gott dies alles kund getan hat ist keiner so verständig und weise wie du du sollst über mein haus sein und deinem wort soll all mein volk gehorsam sein allein um den königlichen thron will ich höher sein als du und weiter sprach der pharao zu josef siehe ich habe dich über ganz ägyptenland gesetzt und er tat seinen ring von seiner hand und gab ihn josef an seine hand und kleidete ihn mit kostbarer leinwand und legte ihm eine goldene kette um seinen hals und ließ ihn auf seinem zweiten wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen der ist des landes vater und setzte ihn über ganz ägyptenland und 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 deinen deinen will so und 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 nannte ihn zafenat peneach und gab ihm zur frau asenat die tochter potiferas des priesters zu ohn und josef war dreißig jahre alt als er vor dem pharao stand dem könig von ägypten und er ging hinweg vom pharao und zog durch ganz ägyptenland und das land trug in den sieben reichen jahren die fülle und josef sammelte die ganze ernte der sieben jahre da überfluss im lande ägypten war und tat sie in die städte was an getreide auf dem felde rings um eine jede stadt wuchs das tat er hinein so schüttete josef das getreide auf über die maßen viel wie sand am meer so dass er aufhörte zu zählen denn man konnte es nicht zählen und josef wurden zwei söhne geboren bevor die hungerzeit kam die gebar ihm asenat die tochter potiferas des priesters zu ohn und er nannte den ersten manasse denn Gott sprach er hat mich vergessen lassen all mein unglück und mein ganzes vaterhaus den anderen nannte er ephraim denn Gott sprach er hat mich wachsen lassen in dem lande meines elends als als sieben sieben reichen jahre um waren im lande ägypten da fingen an die sieben hungerjahre zu kommen wie josef gesagt hatte und es ward eine hungersnot in allen landen aber in ganz ägyptenland war brot als nun ganz ägyptenland auch hunger litt schrie das volk zum pharao um brot aber der pharao sprach zu allen ägyptern geht hin zu josef was der euch sagt das tut als nun im ganzen lande hungersnot war tat josef alle kornhäuser auf und verkaufte den ägyptern denn der hunger ward je länger je größer im lande und alle welt kam nach ägypten um bei josef zu kaufen denn der hunger war groß in allen landen kapitel 42 als aber jakob sah dass getreide in ägypten zu haben war sprach er zu seinen söhnen was seht ihr euch lange an siehe ich höre es sei in ägypten getreide zu haben zieht hinab und kauft uns getreide dass wir leben und nicht sterben da zogen hinab zehn brüder josefs um in ägypten getreide zu kaufen aber den benjamin josefs bruder ließ jakob nicht mit seinen brüdern ziehen denn er sprach es könnte ihm ein unfall begegnen so kamen die söhne israels getreide zu kaufen samt anderen die mit ihnen zogen denn es war auch im lande kaner an hungersnot aber josef war der regent im lande und verkaufte getreide allem volk im lande als nun seine brüder kamen fielen sie vor ihm nieder zur erde auf ihr antlitz und er sah sie an und erkannte sie aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart 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 mit ihnen und sprach zu ihnen woher kommt ihr sie sprachen aus dem lande kaner an getreide zu kaufen aber wie wohl er sie erkannte erkannten sie ihn doch nicht und josef dachte an die träume die er von ihnen geträumt hatte und sprach zu ihnen ihr seid kundschafter und seid gekommen zu sehen wo das land offen ist sie antworteten ihm nein mein herr deine knechte sind gekommen getreide zu kaufen wir sind alle eines mannes söhne wir sind redlich und deine knechte sind nie kundschafter gewesen er sprach zu ihnen nein sondern ihr seid gekommen zu sehen wo das land offen ist sie antworteten ihm wir deine knechte sind zwölf brüder eines mannes söhne im lande kanaan und der jüngste ist noch bei unserem vater aber der eine ist nicht mehr vorhanden josef sprach zu ihnen es ist wie ich euch gesagt habe kundschafter seid ihr daran will ich euch prüfen so wahr der pharao lebt ihr sollt nicht von hier wegkommen es komme denn her euer jüngster bruder sendet einen von euch hin der euren bruder hole ihr aber sollt gefangen sein daran will ich prüfen eure rede ob ihr mit wahrheit umgeht andernfalls so wahr der pharao lebt seid ihr kundschafter und 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 tagelang und sie gingen und sie sie sprachen aber untereinander das haben wir an unserem bruder verschuldet denn wir sahen die angst seiner seele als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören darum kommt nun diese trübsal über uns ruben antwortete ihnen und sprach sagte ich euch nicht als ich sprach versündigt euch nicht an dem knaben doch ihr wolltet nicht hören nun wird sein blut gefordert sie wussten aber nicht dass es joseph verstand denn er redete mit ihnen durch einen dolmetscher und er wandte sich von ihnen und weinte und als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete nahm er aus ihrer mitte simeon und ließ ihn binden vor ihren augen und joseph gab befehl ihre säcke mit getreide zu füllen und ihnen ihr geld wieder zu geben einem jeden in seinen sack dazu auch zehrung auf den weg und so tat man ihnen und sie luden ihre ware auf ihre esel und zogen von dannen als aber einer seinen sack auftat dass er seinem esel futter gäbe in der herberge sah er sein geld das oben im sack lag und sprach zu seinen brüdern mein geld ist wieder da siehe in meinem sack ist es da da entfiel ihnen ihr herz und sie blickten einander erschrocken an und sprachen warum hat gott uns das angetan als sie nun heimkamen zu ihrem vater jakob ins land kanaan sagten sie ihm alles was ihnen begegnet war und sprachen der mann der im lande herr ist redete hart mit uns und hielt uns für kundschafter und wir antworteten ihm wir sind redlich und nie kundschafter gewesen sondern zwölf brüder unseres vaters söhne einer ist nicht mehr vorhanden und der jüngste ist noch bei unserem vater im lande kanaan da sprach der herr im lande zu uns daran will ich merken ob ihr redlich seid einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer haus wie viel ihr bedürft und zieht hin und bringt euren jüngsten bruder zu mir so merke ich dass ihr nicht kundschafter sondern redlich seid dann will ich euch auch euren bruder wiedergeben und ihr mögt im lande handel treiben und als sie die säcke ausschütteten fand ein jeder seinen beutel geld in seinem sack und als sie sahen dass es die beutel mit ihrem geld waren erschraken sie samt ihrem vater da sprach jakob ihr vater zu ihnen ihr beraubt mich meiner kinder josef ist nicht mehr da simeon ist nicht mehr da benjamin wollt ihr auch weg nehmen es geht alles über mich ruben antwortete seinem vater und sprach wenn ich ihn dir nicht wiederbringe so töte meine zwei söhne gib ihn nur in meine hand ich will ihn dir wieder bringen er sprach mein sohn soll nicht mit euch hinab ziehen denn sein bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben wenn ihm ein unfall auf dem wege begegnete den ihr reiset würdet ihr meine grauen haare mit herzleid hinunter zu den toten bringen kapitel 43 die hungersnot aber drückte das land und als verzehrt war was sie an getreide aus ägypten gebracht hatten sprach ihr vater zu ihnen zieht wieder hin und kauft uns ein wenig getreide da antwortete ihm juda und sprach der mann schärfte uns das hart ein und sprach ihr sollt mein angesicht nicht sehen es sei denn euer bruder mit euch willst du nun unseren bruder mit uns senden so wollen wir hinab ziehen und dir zu essen kaufen willst du ihn aber nicht senden so ziehen wir nicht hinab denn der mann hat zu uns gesagt ihr sollt mein angesicht nicht sehen euer bruder sei denn mit euch israel sprach warum habt ihr so übel an mir getan dass ihr dem mann sagtet dass ihr noch einen bruder habt sie antworteten der mann forschte so genau nach uns und unserer verwandtschaft und sprach lebt euer vater noch habt ihr auch noch einen bruder da antworteten wir ihm wie er uns fragte wie konnten wir wissen dass er sagen würde bringt euren bruder mit herab da sprach juda zu israel seinem vater las den knaben mit mir ziehen dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben wir und du und unsere kinder ich will bürger für ihn sein von meinen händen sollst du ihn fordern wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine augen stelle so will ich mein leben lang die schuld tragen denn wenn wir nicht gezögert hätten wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen da 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 so 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 tut und nehmt von des landes besten früchten in eurer säcke und bringt dem manne geschenke hinab ein wenig balsam und honig harz und mürre nüsse und mandeln nehmt auch anderes geld mit euch und das geld das ihr obenauf in euren säcken wiederbekommen habt bringt auch wieder hin vielleicht ist ein irrtum da geschehen dazu nehmt euren bruder macht euch auf und geht wieder zu dem manne aber der allmächtige gott gebe euch barmherzigkeit vor dem manne daß er mit euch ziehen lasse euren anderen bruder und benjamin ich aber muss sein wie einer der seiner kinder ganz und gar beraubt ist da nahmen sie diese geschenke und das doppelte geld mit sich dazu benjamin machten sich auf zogen nach ergypten und traten vor joseph als joseph sie sah mit benjamin sprach er zu seinem haushalter führe diese männer ins haus und schlachte und richte zu denn sie sollen zum mittag mit mir essen und der man tat wie ihm joseph gesagt hatte und führte die männer in josephs haus sie fürchteten sich aber weil sie in josephs haus geführt wurden und sprachen wir wir hereing geführt um des geldes willen das wir in unseren säcken das vorige mal wieder gefunden haben man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu sklaven machen und uns die esel nehmen darum traten sie zu josephs haushalter und redeten mit ihm vor der haustür und sprachen mein herr wir sind das vorige mal herabgezogen getreide zu kaufen und als wir in die herberge kamen und unsere säcke auftaten siehe da war eines jeden geld oben in seinem sack mit vollem gewicht darum haben wir es wieder mit uns gebracht haben auch anderes geld mit uns herab gebracht getreide zu kaufen wir wissen aber nicht wer uns unser geld in unsere säcke gesteckt hat er aber sprach seit guten mutes fürchtet euch nicht euer gott und eures vaters gott hat euch einen schatz gegeben in eure säcke euer geld habe ich erhalten und er führte simion zu ihnen heraus und brachte sie in josefs haus gab ihnen wasser dass sie ihre füße wuschen und gab ihren eseln futter sie aber richteten das geschenk zu bis josefs mittags käme denn sie hatten gehört dass sie dort essen sollten als nun josef ins haus trat brachten sie ihm das geschenk ins haus das sie mit gebracht hatten und fielen vor ihm nieder zur erde er aber grüßte sie freundlich und sprach geht es eurem alten vater gut von dem ihr mir sagtet lebt er noch sie antworteten es geht deinem knechte unserem vater gut und er lebt noch und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder und er hob seine augen auf und sah seinen bruder benjamin seiner mutter sohn und sprach ist das euer jüngster bruder von dem ihr mir sagtet und sprach weiter gott sei dir gnädig mein sohn und josef eilte hinaus denn sein herz entbrannte ihm gegen seinen bruder und er suchte wo er weinen könnte und ging in seine kammer und weinte da selbst und als er sein angesicht gewaschen hatte ging er heraus und hielt an sich und sprach leg die speisen auf und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Ägyptern die mit ihm aßen auch besonders denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern denn es ist ein Gräuel für sie und man setzte sie ihm gegenüber den erstgeborenen nach seiner erstgeburt und den jüngsten nach seiner jugend darüber verwunderten sie sich untereinander und man trug ihnen essen auf von seinem tisch aber benjamin bekam fünfmal mehr als die anderen und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm kapitel vier und vier und josef befahl seinem haushalter und sprach fülle den männern ihre säcke mit getreide so viel sie fortbringen und lege jedem sein geld oben in seinen sack und meinen silbernen becher lege oben in des jüngsten sack mit dem gelde für das getreide der tat wie ihm josef gesagt hatte am morgen als es licht ward ließen sie die männer ziehen mit ihren eseln als sie aber zur stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen sprach josef zu seinem haushalter auf jage den männern nach und wenn du sie ereilst so spricht zu ihnen warum habt ihr gutes mit bösem vergolten warum habt ihr den silbernen becher gestohlen ist das nicht der aus dem mein herr trinkt und aus dem er wahr sagt ihr habt übel getan und als er sie ereilte redete er mit ihnen diese worte sie antworteten ihm warum redet mein herr solche worte es sei ferne von deinen knechten solches zu tun siehe das geld das wir fanden oben in unseren säcken haben wir wiedergebracht zu dir aus dem lande kanaan wie sollten wir da aus deines herrn hause silber oder gold gestohlen haben bei wem er gefunden wird unter deinen knechten der sei des todes dazu wollen auch wir meines herrn sklaven sein er sprach ja es sei wie ihr geredet habt bei wem er gefunden wird der sei mein sklave ihr aber sollt frei sein und sie legten eilends ein jeder seinen sack ab auf die erde und ein jeder tat seinen sack und er suchte und fing an beim ältesten bis hin zum jüngsten da fand sich der becher in benjamins sack da zerrissen sie ihre kleider und ein jeder blut seinen esel und sie zogen wieder in die stadt und juda ging mit seinen brüdern in josephs haus denn er war noch dort und sie fielen vor ihm nieder auf die erde joseph aber sprach zu ihnen wie habt ihr das tun können wusstet ihr nicht dass ein solcher mann wie ich bin wahr sagen kann juda sprach was sollen wir meinem herrn sagen oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen gott hat die missetat deiner knechte gefunden siehe wir und der bei dem der becher gefunden ist sind meines herrn sklaven er aber sprach das sei ferne von mir solches zu tun der bei dem der becher gefunden ist soll mein sklave sein ihr aber zieht hinauf mit frieden zu eurem vater da trat juda zu ihm und sprach mein herr lass deinen knecht ein wort reden vor den ohren meines herrn und dein zorn entbrennen nicht über deinen knecht denn du bist wie der pharao mein herr fragte seine knechte und sprach habt ihr noch vater oder bruder da antworteten wir wir haben einen vater der ist alt und einen jungen knaben in seinem alter geboren und sein bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner mutter und sein vater hat ihn lieb da sprach du zu deinen knechten bringt ihn herab zu mir ich will ihm gnade erweisen wir aber antworteten meinem herrn der knabe kann seinen vater nicht verlassen wenn er ihn verließe würde der sterben da sprachst du zu deinen knechten wenn euer jüngster bruder nicht mit euch herkommt sollt ihr mein angesicht nicht mehr sehen da zogen wir hinauf zu deinem knecht meinem vater und sagten ihm meines herrn rede da sprach unser vater zieht wieder hin und kauft uns ein wenig getreide wir aber sprachen wir können nicht hinabziehen nur wenn unser jüngster bruder mit uns ist wollen wir hinabziehen denn wir dürfen des mannes angesicht nicht sehen wenn unser jüngster bruder nicht mit uns ist da sprach dein knecht mein vater zu uns ihr wisst dass mir meine frau zwei söhne geboren hat einer ging von mir und ich musste mir sagen er ist zerrissen und ich hab ihn nicht gesehen bisher werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein unfall so werdet ihr meine grauen haare mit jammer hinunter zu den toten bringen nun wenn ich heimkäme zu deinem knecht meinem vater und der knabe wäre nicht mit uns an dem er mit ganzer seele hängt so wird's geschehen dass er stirbt wenn er sieht dass der knabe nicht da ist so würden wir deine knechte die grauen haare deines knechtes unseres vaters mit herzeleid hinunter zu den toten bringen denn ich dein knecht bin bürger geworden für den knaben vor meinem vater und sprach bringe ich ihn dir nicht wieder so will ich mein leben lang die schuld tragen darum lass deinen knecht hier bleiben an des knaben statt als sklaven meines herrn und den knaben mit seinen brüdern hinaufziehen denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem vater wenn der knabe nicht mit mir ist ich könnte den jammer nicht sehen der über meinen vater kommen würde kapitel 45 da konnte josef nicht länger an sich halten vor allen die um ihn her standen und er rief lasst jeder mann von mir hinaus gehen und stand kein mensch bei ihm als sich josef seinen brüdern zu erkennen gab und er weinte laut dass es die ägypter und das haus des pharao hörten und sprach zu seinen brüdern ich bin josef lebt mein vater noch und seine brüder konnten ihm nicht antworten so erschraken sie vor seinem angesicht er aber sprach zu seinen brüdern tretet doch her zu mir und sie traten herzu und er sprach ich bin josef euer bruder den ihr nach ägypten verkauft habt und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht dass ich darum zürne dass ihr mich hierher verkauft habt denn um eures lebens willen hat mich gott vor euch hergesandt denn es sind nun zwei jahre dass hungersnot im lande ist und sind noch fünf jahre dass weder flügen noch ernten sein wird aber gott hat mich vor euch hergesandt dass er euch übrig lasse auf erden und euer leben erhalte zu einer großen errettung und nun ihr habt mich nicht hergesandt sondern gott der hat mich dem pharao zum vater gesetzt und zum herrn über sein ganzes haus und zum herrscher über ganz ägyptenland eilt nun und zieht hinauf zu meinem vater und sagt ihm das lässt dir josef dein sohn sagen gott hat mich zum herrn über ganz ägypten gesetzt komm herab zu mir säume nicht du sollst im lande gosen wohnen und nah bei mir sein du und deine kinder und deine kindeskinder dein kleinvieh und großvieh und alles was du hast ich will dich dort versorgen denn es sind noch fünf jahre hungersnot damit du nicht verarmst mit deinem hause und allem was du hast siehe eure augen sehen es und die augen meines bruders benjamin dass ich leibhaftig mit euch rede verkündet meinem vater alle meine herrlichkeit in ägypten und alles was ihr gesehen habt eilt und kommt herab mit meinem vater hierher und er fiel seinem bruder benjamin um den hals und weinte und benjamin weinte auch an seinem halse und er küßte alle seine brüder und weinte an ihrer brust danach redeten seine brüder mit ihm und als das gerücht kam in das pharao haus dass josephs brüder gekommen wären gefiel es dem pharao gut und allen seinen großen und der pharao sprach zu joseph sage deinen brüdern macht es so beladet eure tiere zieht hin und wenn ihr ins land kana ankommt so nehmt euren vater und alle die euren und kommt zu mir ich will euch das beste geben in ägyptenland dass ihr essen sollt das fett des landes und gebiete ihnen macht es so nehmt mit euch aus ägyptenland wagen für eure kinder und frauen und bringt euren vater mit und kommt und seht euren hausrat nicht an denn das beste des ganzen landes ägypten soll euer sein die söhne israels taten so und joseph gab ihnen wagen nach dem befehl des pharao und zehrung auf den weg und gab ihnen allen einem jeden ein feierkleid aber benjamin gab er dreihundert silberstücke und fünf feierkleider und seinem vater sandte er zehn esel mit dem besten aus ägypten beladen und zehn eselinnen mit getreide und brot und mit zehrungen für seinen vater auf den weg damit entließ er seine brüder und sie zogen hin und er sprach zu ihnen zanket nicht auf dem wege so zogen sie hinauf von ägypten und kamen ins land kanaan zu ihrem vater jakob und verkündeten ihm und sprachen joseph lebt noch und ist herr über ganz ägyptenland aber sein herz blieb kalt denn er glaubte ihnen nicht da sagten sie ihm alle worte josephs die er zu ihnen gesagt hatte und als er die wagen sah die ihm joseph gesandt hatte um ihn zu holen wurde der geist jakobs ihres vaters lebendig und israel sprach mir ist genug daß mein sohn joseph noch lebt ich will hin und ihn sehen ehe ich sterbe kapitel 46 israel zog hin mit allem was er hatte und als er nach bersebar kam brachte er opfer da dem gott seines vaters isaak und gott sprach zu ihm des nachts in einer offenbarung jakob jakob er sprach hier bin ich und er sprach ich bin gott der gott deines vaters fürchte dich nicht nach ägypten hinab zu ziehen denn da selbst will ich dich zum großen volk machen ich will mit dir hinab nach ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen und joseph soll dir mit seinen händen die augen zudrücken da machte sich jakob auf von bersebar und die söhne israels hoben jakob ihren vater mit ihren kindern und frauen auf die wagen die der pharao gesandt hatte um ihn zu holen und nahmen ihr vieh und ihre habe die sie im lande kanaan erworben hatten und kamen so nach ägypten jakob und sein ganzes geschlecht mit ihm seine söhne und seine enkel seine töchter und seine enkelinnen und seine ganze nachkommenschaft brachte er mit sich nach ägypten dies sind die namen der söhne israels die nach ägypten kamen jakob und seine söhne der erstgeborene sohn jakobs ruben die söhne rubens henoch palu hitzron und karmi die söhne simeons jemuel jamin ohat jachin zohar und saul der sohn der kanaaniterin die söhne levis gerson kehat und merari die söhne judas ger onan shela peretz und serach aber ger und onan waren gestorben im lande kanaan die söhne aber des peretz hetzron und hamul die söhne issaschars tola puah jashob und shimron die söhne sebulons seret elon und jachleel das sind die söhne der lea die sie jakob gebar in mesopotamien dazu seine tochter dina die machen zusammen mit ihren söhnen und töchtern dreiunddreißig seelen die söhne gatz ziphion hagi schuni itzbon eri arodi und areli die söhne assers jimna jishwa jishwi beria dazu serach ihre schwester und die söhne berias heber und malkeel das sind die söhne der silpa die laban seiner tochter lea gegeben hatte und sie gebar jakob diese sechzehn seelen die söhne rahels der frau jakobs josef und benjamin und dem josef wurden geboren in ägyptenland manasse und ephraim die im asenat gebar die tochter potiferas des priesters zu ohn die söhne benjamins bela becher aschbel gera naaman ehi rosh mupim hupim und art das sind die söhne der rahel die jakob geboren wurden zusammen vierzehn seelen der sohn danz schuham die söhne naphtalis jachzeel guni jetzer und schilem das sind die söhne der bilha die laban seiner tochter rahel gegeben hatte und sie gebar jakob diese sieben seelen alle seelen die mit jakob nach ägypten kamen seinen nachkommen ausgenommen die frauen seiner söhne sind alle zusammen sechs und sechzig seelen die söhne josef die in ägypten geboren sind waren zwei seelen so dass alle seelen des hauses jakobs die nach ägypten kamen waren siebzig und jakob sandte juda vor sich her zu josef dass dieser in gosen anwiese als sie in das land gosen kamen spannte josef seinen wagen an und zog hinauf seinem vater israel entgegen nach gosen und als er ihn sah fiel er ihm um den hals und weinte lange an seinem halse da sprach israel zu josef ich will nun gerne sterben nachdem ich dein angesicht gesehen habe dass du noch lebst josef sprach zu seinen brüdern und zu seines vaters hause ich will hinauf ziehen und dem pharao ansagen und zu ihm sprechen meine brüder und meines vaters haus sind zu mir gekommen aus dem lande kanaan und sind viehhirten denn es sind leute die vieh haben ihr kleinvieh und großvieh und alles was sie haben haben sie mitgebracht wenn 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 euch nun der pharao wird rufen und sagen was ist euer gewerbe so sollt ihr sagen deine knechte sind leute die vieh haben von unserer jugend an bis jetzt wir und unsere väter damit ihr wohnen dürft im lande gosen denn alle viehhirten sind den ägyptern ein gräuel kapitel siebenundvierzig da kam josef und sagte es dem pharao an und sprach mein vater und meine brüder ihr kleinvieh und großvieh und alles was sie haben sind gekommen aus dem lande kana an und siehe sie sind im lande gosen und er nahm von allen seinen brüdern fünf und stellte sie vor den pharao da sprach der pharao zu seinen brüdern was ist euer gewerbe sie antworteten deine knechte sind viehhirten wir und unsere väter und sagten weiter zum pharao wir sind gekommen bei euch zu wohnen im lande denn deine knechte haben nicht weide für ihr vieh so hart drückt die hungersnot das land kana an so laß doch nun deine knechte im land gosen wohnen der pharao sprach zu josef es ist dein vater und es sind deine brüder die zu dir gekommen sind das land ägypten steht dir offen laß sie am besten ort des landes wohnen laß sie im lande gosen wohnen und wenn du weißt dass leute unter ihnen sind die tüchtig sind so setze sie über mein vieh josef brachte auch seinen vater jakob hinein und stellte ihn vor den pharao und jakob segnete den pharao der pharao aber fragte jakob wie alt bist du jakob sprach zum pharao die zeit meiner wanderschaft ist hundertunddreißig jahre wenig und böse ist die zeit meines lebens und reicht nicht heran an die zeit meiner väter in ihrer wanderschaft und jakob segnete den pharao und ging hinaus von ihm aber josef ließ seinen vater und seine brüder in ägyptenland wohnen und gab ihnen besitz am besten ort des landes im lande ramses wie der pharao geboten hatte und er versorgte seinen vater und seine brüder und das ganze haus seines vaters mit brot einen jeden nach der zahl seiner kinder es war aber kein brot im ganzen lande denn die hungersnot war sehr schwer so dass ägypten und kanaan verschmachteten vor hunger und josef brachte alles geld zusammen das in ägypten und kanaan gefunden wurde für das getreide das sie kauften und er tat alles geld in das haus des pharao als es nun an geld gebrach im lande ägypten und in kanaan kamen alle ägypter zu josef und sprachen schaffe uns brot warum lässt du uns vor dir sterben hier unserem herrn dann dann wollen wir dem pharao leib eigen sein so machte es josef zum gesetz bis auf diesen tag den fünften vom feld der ägypter dem pharao zu geben ausgenommen blieb das feld der priester das wurde nicht dem pharao zu eigen so wohnte israel in ägypten im lande gosen und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr und jakob lebte siebzehn jahre in ägypten land das sein ganzes alter wurde hundert und sieben und vierzig jahre als nun die zeit herbeikam dass israel sterben sollte rief er seinen sohn josef und sprach zu ihm hab ich gnade vor dir gefunden so lege deine hand unter meine hüfte dass du die liebe und treue an mir tust und begrab es mich nicht in ägypten sondern ich will liegen bei meinen vätern und du sollst mich aus ägypten führen und in ihrem grab begraben er sprach ich will tun wie du gesagt hast er aber sprach so schwöre mir und er schwor ihm da neigte sich israel anbetend über das kopfende des bettes hin kapitel acht und vierzig danach wurde josef gesagt siehe dein vater ist krank und er nahm mit sich seine beiden söhne manasse und ephraim da wurde jakob angesagt siehe dein sohn josef kommt zu dir und israel machte sich stark und setzte sich auf im bett und sprach zu josef der allmächtige gott erschien mir zu lus im lande kanaan und segnete mich und sprach zu mir siehe ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer menge von völkern machen und will dies land zu eigen geben deinen nachkommen für alle zeit so sollen nun deine beiden söhne ephraim und manasse die dir geboren sind in ägypten land ehe ich hergekommen bin zu dir mein sein gleich wie ruben und simion die du aber nach ihnen zeugst sollen dein sein und genannt werden nach dem namen ihrer brüder in deren erbteil und und als ich aus mesopotamien kam starb mir rahel im lande kanaan auf der reise als noch eine strecke weges war nach ephratah und ich begrub sie dort an dem wege nach ephratah das nun bethlehem heißt und israel sah die söhne josefs und sprach wer sind die josef antwortete seinem vater es sind meine söhne die mir gott hier gegeben hat er sprach bringe sie her zu mir dass ich sie segne denn die augen israels waren schwach geworden vor alter und er konnte nicht mehr sehen und josef brachte sie zu ihm er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu josef siehe ich habe dein angesicht gesehen was ich nicht gedacht hätte und siehe gott hat mich auch deine söhne sehen lassen und josef nahm sie von seinem schoß und verneigte sich vor ihm zur erde da nahm sie josef beide ephraim an seine rechte hand gegenüber israels linke hand und manasse an seine linke hand gegenüber israels rechte hand und brachte sie zu ihm aber israel streckte seine rechte hand aus und legte sie auf ephraims des jüngeren haupt und seine linke auf manasses haupt und kreuzte seine arme obwohl manasse der erstgeborene war und er segnete josef und sprach der gott vor dem meine väter abraham und isaak gewandelt sind der gott der mein hirte gewesen ist mein leben lang bis auf diesen tag der engel der mich erlöst hat von allem übel der segne die knaben dass durch sie mein und meiner väter abraham und isaak name fortlebe dass sie wachsen und viel werden auf erden als aber josef sah dass sein vater die rechte hand auf ephraims haupt legte missfiel es ihm und er fasste seines vaters hand dass er sie von ephraims haupt auf manasses haupt wendete und sprach zu ihm nicht so mein vater dieser ist der erstgeborene lege deine rechte hand auf sein haupt aber sein vater weigerte sich und sprach ich weiß wohl mein sohn ich weiß wohl dieser soll auch ein volk werden und wird groß sein aber sein jüngerer buddha wird größer als er werden und sein geschlecht wird eine menge von völkern werden so segnete er sie an jenem tage und sprach wer in israel jemanden segnen will der sage gott mache dich wie efraim und manasse und so setzte er efraim vor manasse und israel sprach zu josef siehe siehe ich sterbe aber gott wird mit euch sein und wird euch zurück bringen in das land eurer väter ich gebe dir ein stück land vor deinen brüdern das ich mit meinem schwert und bogen aus der hand der amoriter genommen habe kapitel neun und vierzig und jakob berief seine söhne und sprach versammelt euch dass ich euch verkünde was euch begegnen wird in künftigen zeiten kommt zuhauf und höre zu ihr söhne jakobs und höret euren vater israel ruben mein erster sohn bist du meine kraft und der erstling meiner stärke der oberste in der würde und der oberste in der macht weil du aufwaltest wie wasser sollst du nicht der oberste sein denn du bist auf deines vaters lager gestiegen daselbst hast du mein bett entweiht das du bestiegst die brüder simeon und levi ihre schwerter sind mörderische waffen meine seele komme nicht in ihren rat und mein herz sei nicht in ihrer versammlung denn in ihrem zorn haben sie männer gemordet und in ihrem mutwillen haben sie stiere gelähmt verflucht sei ihr zorn dass er so heftig ist und ihr grimm dass er so grausam ist ich will sie versprengen in jakob und zerstreuen in israel juda du bist dich werden deine brüder preisen deine hand wird deinen feinden auf dem nacken sein vor dir werden deines vaters söhne sich verneigen juda ist ein junger löwe du bist hoch gekommen mein sohn vom raube wie ein löwe hat er sich hingestreckt und wie eine löwin sich gelagert wer will ihn aufstören es wird das zepter von juda nicht weichen noch der stab des herrschers von seinen füßen bis dass der held komme und ihm werden die völker anhangen er wird seinen esel an den weinstock binden und seiner esel in füllen an die edle rebe er wird sein kleid in wein waschen und seinen mantel in trauben blut seine augen sind dunkel von wein und seine zähne weiß von milch sebulon wird am gestade des meeres wohnen und am gestade der schiffe und reichen bis sidon is isa 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 wird ein knochiger esel sein und sich lagern zwischen den sattel körben und er sah die ruhe dass sie gut ist und das land das es lieblich ist da hat er seine schultern geneigt zu tragen und ist ein fronpflichtiger knecht geworden dan wird richter sein in seinem volk wie nur irgendein stamm in israel dan wird eine schlange werden auf dem wege und eine otter auf dem steige und das pferd in die fersen beißen daß sein reiter zurückfalle herr ich warte auf dein heil gad wird gedrängt werden von kriegshaufen er aber drängt ihnen nach auf der ferse assers brot wird fett sein und er wird leckere speise wie für könige geben naftali ist ein schneller hirsch er gibt schöne rede josef wird wachsen er wird wachsen wie ein baum an der quelle daß die zweige emporsteigen über die mauer und wie wohl ihn die schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen so bleibt doch sein bogen fest und seine arme und hände stark durch die hände des mächtigen in jakob durch ihn den hirten und fels israels von deines vaters gott werde dir geholfen und von dem allmächtigen seist du gesegnet mit segen ogen vom himmel herab mit segen von der flut die drunten liegt mit segen der brüste und des mutterleibes die segnungen deines vaters waren stärker als die segnungen der ewigen berge die köstlichen güter der ewigen hügel mögen sie kommen auf das haupt josefs und auf den scheitel des geweihten unter seinen brüdern benjamin ist ein reißender wolf des morgens wird er raub fressen und des abends wird er beute austeilen das sind die zwölf stämme israels alle und das ist was ihr vater zu ihnen geredet hat als er sie segnete einen jeden mit einem besonderen segen und jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen ich werde versammelt zu meinem volk begrabt mich bei meinen vätern in der höhle auf dem acker efrons des hetiter in der höhle auf dem felde von mach bella die östlich von mamre liegt im lande kanaan die abraham kaufte samt dem acker von efron dem hetiter zum erb begräbnis da haben sie abraham begraben und sarah seine frau da haben sie auch isaak begraben und rebecca seine frau da habe ich auch leah begraben in dem acker und der höhle die von den hetitern gekauft ist und als jakob dies gebot an seine söhne vollendet hatte tat er seine füße zusammen auf dem bett und verschied und wurde versammelt zu seinen vätern kapitel 50 da warf sich josef über seines vaters angesicht und weinte über ihm und küßte ihn und josef befahl seinen dienern den ärzten dass sie seinen vater zum begräbnis salbten und die ärzte salbten israel bis vierzig tage um waren denn so lange wären die tage der salbung und die ägypter beweinten ihn siebzig tage als als nun die trauertage vorüber waren redete josef mit den leuten des pharao und sprach hab ich gnade vor euch gefunden so redet mit dem pharao und sprecht mein vater hat einen eid von mir genommen und gesagt siehe ich sterbe begrabe mich in meinem grabe das ich mir im lande kana angegraben habe so will ich nun hinauf ziehen und meinen vater begraben und wiederkommen der pharao sprach zieh hinauf und begrabe deinen vater wie du ihm geschworen hast da zog josef hinauf seinen vater zu begraben und es zogen mit ihm alle großen des pharao die ältesten seines hauses und alle ältesten des landes ergibten dazu das ganze haus josefs und seine brüder und die vom hause seines vaters allein ihre kinder schafe und rinder ließen sie im lande gosen und es zogen auch mit ihm hinauf wagen und gespanne und es war ein sehr großes heer als sie nun nach gorein attat kamen das jenseits des jordan liegt da hielten sie eine sehr große und feierliche klage und josef hielt toten klage über seinen vater sieben tage und als die leute im lande die kanaaniter die klage bei gorein attat sahen sprachen sie die ägypter halten da große klage daher nennt man den ort der ägypter klage er liegt jenseits des jordan und seine söhne taten wie er ihnen befohlen hatte und brachten ihn ins land kanaan und begruben ihn in der höhle auf dem felde von machpelah die abraham gekauft hatte mit dem acker zum erbbegräbnis von efron dem hittiter gegenüber mamre als sie ihn nun begraben hatten zog josef wieder nach ägypten mit seinen brüdern und mit allen die mit ihm hinauf gezogen waren seinen vater zu begraben die brüder josefs aber fürchteten sich als ihr vater gestorben war und sprachen josef könnte uns gram sein und uns alle bosheit vergelten die wir an ihm getan haben darum ließen sie ihm sagen dein vater befahl vor seinem tode und sprach so sollt ihr zu josef sagen vergib doch deinen brüdern die missetat und ihre sünde dass sie so übel an dir getan haben nun vergib doch diese missetat uns den dienern des gottes deines vaters aber josef weinte als sie solches zu ihm sagten und seine brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen siehe wir sind deine knechte josef aber sprach zu ihnen fürchtet euch nicht stehe ich denn an gottes statt ihr gedachtet es böse mit mir zu machen aber gott gedachte es gut zu machen um zu tun was jetzt am tage ist nämlich am leben zu erhalten ein großes volk so fürchtet euch nun nicht ich will euch und eure kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen so wohnte josef in ägypten mit seines vaters hause und lebte hundert und zehn jahre und sah ephraims kinder bis ins dritte glied auch die söhne von machie manasses sohn wurden dem hause josefs zugerechnet und josef sprach zu seinen brüdern ich sterbe aber gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem lande führen in das land das er abraham isaak und jakob zu geben geschworen hat darum nahm er einen eid von den söhnen israels und sprach wenn euch gott heimsuchen wird so nehmt meine gebeine mit von hier und josef starb als er hundert und zehn jahre alt war und sie salbten ihn und legten ihn in einen sarg in ägypten t und und jahre